So, hier sind wir wieder. Philipp, du wolltest noch was sagen. Ja, und zwar eine Sache, der ich selbst so ein bisschen ratlos gegenüberstehe, ist die Frage, weshalb ausgerechnet in diesem Jahr so die Finanzierung tatsächlich endlich mal in den Vordergrund gerückt ist. Also ich meine, ich bin natürlich sehr froh darüber, aber in Stuttgart war der Kirchentag ja noch sehr im konservativen Umfeld. Ich könnte mir jetzt denken, dass dadurch, dass der Katholikentag so grandios gescheitert ist, dass nur 40 Prozent gekommen sind, dass die Leute dann auch eher hingucken jetzt. Aber ich meine, wir sind letztes Jahr von der Leipziger Volkszeitung konsequent totgeschwiegen worden. Alles, was gesagt wurde, war, dass es ja noch am letzten Tag diesen Pastafari-Gottesdienst gibt und dass die Partei, die Partei, die haben doch auch noch die Religion gemacht und dass die so ein Kreuz aus Bierkästen durch die Stadt getragen hätten. Das wurde berichtet in der LVZ. Wir aber, obwohl wir die ganze Zeit da waren, kein einziges bisschen. Und ja, jetzt haben wir es dieses Mal eben in den RBB geschafft. Der Fokus hat ja auch über uns berichtet. Der Deutschlandfunk hat ja uns, hat uns ja auch als Einspieler gebracht. Also David auf jeden Fall. Und die, ich weiß gar nicht, die Mitteldeutsche Zeitung, glaube ich, war das. Die hat auch über uns berichtet. Würde mich einfach interessieren, was womöglich dazu geführt hat, dass wir auf einmal so, ja, offen in die Diskussion kamen. Also ich habe hier von Singapur aus die Berichterstattung in Echtzeit verfolgt. Und mir ist aufgefallen, dass die Berichte merkbar kritischer waren. Oder ich habe eigentlich gar nicht so viele von diesen Jubelberichten gefunden, wie ich sie erwartet hatte in der Kirchenpresse, klar. Aber die anderen Medien haben doch sehr kritisch berichtet. Was euch jetzt angeht, glaube ich, A, steter Tropfen höhlt den Stein. Ihr seid ja jetzt seit einigen Jahren dabei. Und habt eben auch, sag mal, interessante Hingucker. B, vielleicht speziell in Leipzig haben sich mal Hörer oder Leser beschwert darüber, dass die Berichterstattung zu einseitig war. Vielleicht ist es auch einfach nur Zufall. Oder vielleicht ist es auch einfach so, dass offenere Reporter nachwachsen. Ich weiß ja nicht, in welchem Alter die jetzt da sind. Und Kirchentag ist ja mehr so eine jugendliche Veranstaltung. Ich glaube, Jugendliche und Alte. Aber da wird einfach durch den Verlauf der Zeit wird das zu euren Gunsten oder unseren Gunsten arbeiten. Ich glaube aber auch Folgendes. Der Kirchentag ist dieses Jahr selbst von dem EKD-Cheflobbyisten Hans-Michael Heinig, der ja in Göttingen am Kirchenrechtlichen Institut der EKD praktisch diese ganzen, wie sagt man, Winkel-Advokatenartigen Argumentationen austüftet, mit denen die kirchlichen Privilegien erhalten bleiben sollen. Selbst der hat den Kirchentag kritisiert als so eine Art grüne Gutmenschenveranstaltung. Und ich glaube, dass durch diese ganze Geschichte mit der AfD und Pegida und so weiter, da machen sich Stimmen laut, so weißt du die Leute, das wird man doch noch sagen dürfen. Und denen diese Ausrichtung des Kirchentags ein Dorn im Auge ist. Weil ja mittlerweile, bei Vorwitt wurde, gab es ja einen Artikel dazu, woraus setzt sich der Kirchentag eigentlich zusammen. Das wird ja vom Kirchentag selber jedes Mal statistisch aufbereitet. Und die sind ja selber auch daran interessiert. Und da kannst du eben zeigen, dass die Klientel, die den Kirchentag besucht, Carsten Frerk hat es ja im Interview gesagt, die sind sehr grünen-affin. Und auch die Positionen, die da vertreten werden. Und jetzt gerade in einem Wahljahr wird das natürlich von den Leuten, die andere Positionen vertreten als die Grünen, also die meisten Leute, jedenfalls in den Medien, wird das natürlich kritisiert. Und ich vermute, dass man dann auch gerne mal diesen Finanzaspekt noch zusätzlich aus der Kiste holt, sozusagen. Und ich vermute, das will ich dem Kirchentag schon zugestehen, es wurde heute immer gesagt, ja, der Kirchentag ist offener. Also ich meine, es gab drei Veranstaltungen mit Atheisten auf diesem Kirchentag. Das ist wieder so ein typischer Punkt, wo der Kirchentag völlig hinterher, oder die Kirche völlig hinterherhinkt. Aber die hören natürlich auch die Kritik und müssen dann darauf eingehen, damit sie sich nicht lächerlich machen. Jedenfalls glaube ich, dass so wie, sagen wir mal, also bestimmte, ich sage jetzt mal, grün-gutmenschenartige Punkte momentan gerne kritisiert werden. Und weil das eben nachweislich so ist beim Kirchentag, dass da die einschlägigen Medien dann eben da auch gerne das über den Kirchentag so auskippen, sage ich mal. Und das macht mir diese Ecke sozusagen nicht sympathisch, aber wo sie recht haben, haben sie halt recht. Der Kirchentag ist kein Abbild der Gesellschaft, der liefert auch keine neuen Impulse, sondern der bestätigt sich selber. Und das ist für mich so wohlfeiles Daherreden. Wer nicht in der politischen Verantwortung ist, ich ärgere mich auch oft über Politiker, aber wer nicht in der politischen Verantwortung ist, genauso wie der Papst, der kann natürlich immer ständig für Frieden sabbeln. Und das sind ja Sachen, wo keiner jetzt sagen kann, ich bin aber nicht für Frieden. Und das ist für mich so das Billigste und Wohlfeilste, was man machen kann. Und dann das Ganze auch noch nicht zu sagen, ja, das ist halt meine Position, sondern das ist die Wahrheit, Gott will das so. Das ist für mich absolut kindisch und primitiv. Und das ist nicht die Art von Diskussion, die noch staatlich gefördert werden muss, sondern die muss abgestellt werden. Man sieht ja, dass die Kirchenleute selber sich nie einig werden. Und weshalb soll der Staat sich auf so eine Diskussionsart einlassen, die von vornherein nicht funktionieren kann? Also, das waren meine Gedanken hier zu der Berichterstattung. Und jetzt können wir natürlich gespannt sein, wie das weitergeht. Denn ich vermute mal, so eine große Schose kriegen die gar nicht wieder hin. Die waren ja dieses Jahr in zwei Städten. Eine davon war Berlin. Und das wissen ja auch viele nicht. Das habe ich teilweise bei Formulierungen gemerkt. Wenn der Kirchentag sagt, da kommen 100.000 Teilnehmer oder Dauerteilnehmer, da sind ja die ganzen Mitwirkenden und Organisatoren schon eingerechnet. Und die machen, man glaubt es kaum, fast die Hälfte der Dauerteilnehmer aus. Alleine die evangelischen Posaunenchöre, das habe ich durch Zufall herausgefunden, als ich so nach Menschenmassen zum Vergleich gesucht habe. Es gibt zigtausende evangelische Posaunisten, die letztes Jahr beispielsweise in Leipzig irgendwie mit 30.000 oder so in so einem Stadion waren. Die haben das ganze Stadion, ich glaube, das Stadion hat 37.000 Leute. Das haben die komplett gefüllt mit ihren Posaunen. Und der Kirchentag hatte ja auch mal eine Meldung am Anfang veröffentlicht, wo stand, dass 17.000 Helfer dabei wären. Und dann habe ich das mal mit der Statistik vom letzten Kirchentag in Stuttgart abgeglichen und habe festgestellt, dass 17.000 sind praktisch alle, die irgendwas mit Organisation zu tun haben. Da sind Sanitäter, Techniker, Ansprechpartner in den Kirchengemeinden, diese ganze Kirchentagsgeschäftsstelle, Helfer, Techniker und so weiter sind da alle mit drin. Normalerweise sagt die Kirche immer so 4.000 bis 5.000 Helfer, damit sind aber diese Pfadfinder gemeint, die so Scheiß verkaufen und so Einweiser machen und so. Und in Stuttgart waren das, ich will jetzt nicht falsch sagen, ich glaube, das waren so ungefähr bei 14.000 oder 13.000 noch war es, glaube ich. Und dann habe ich die beim Kirchentag, die habe ich jetzt ziemlich genervt diese Woche, habe ich gefragt, was mit diesen 17.000 auf sich hat. Und da haben die gesagt, ja, das war ein Fehler, vielen Dank, wir haben das jetzt korrigiert. Also die haben das so korrigiert, dass da schon innerhalb des Gründen stand, wir haben erst fälschlich 17.000 gemeldet. Aber das deutet für mich darauf hin, dass die also dieses Jahr noch mehr als 4.000 Leute zusätzlich in der Organisation hatten. Und das leuchtet ja auch ein, weil die ja an zwei Orten waren. Dann müssen die ja nochmal Ansprechpartner in Wittenberg haben und so weiter. Und dadurch können die sozusagen kontrollieren, also nicht komplett, aber dadurch haben die einen guten Einfluss darauf, wie viele Leute danach als Dauerteilnehmer gezählt wurden. Und beim letzten Mal, ich denke 100.000 ist natürlich so eine magische Marke. Und letztes Mal in Stuttgart waren es ein paar Tausend weniger. Und jetzt haben sie halt ein paar Tausend mehr gehabt bei den Dauerteilnehmern, einfach durch die Organisation schon und die Mitwirkenden. Und ich vermute, dass das auch nicht zuletzt mit dem Hintergedanken war, praktisch diese Teilnehmerzahl wieder auf über 100.000 zu pushen, was angeblich auch der Fall gewesen sein soll. Und auch bei diesem Abschlussgottesdienst, zu dem wir noch kommen, da sollen ja auf dieser Tribüne, hinter der eigentlichen Bühne, sollen ja 15.000 Musiker gewesen sein, davon 6.500 Posaunisten. Also der Kirchentag kann hier schon ganz gut steuern, wie viele Leute da sind. Nicht komplett, aber wesentlich mehr, als man sich das vorstellt. Und man muss natürlich sagen, das muss man auch nicht sozusagen dem Kirchentag negativ anrechnen. Es ist ja eigentlich noch toller, du organisierst was und es bringen sich zigtausend Leute ein, als wenn du, was weiß ich, da irgendeine Rockband auf die Bühne stellst und da kommen 70.000 Leute oder was und gucken sich das an. Weißt du, was ich meine? Aber wie gesagt, nochmal, es geht uns ja nicht darum, den Kirchentag als Veranstaltung madig zu machen. Was uns stört, sind nur die staatlichen Subventionen und die unwahren Fantastereien, die da immer rausposaunt werden, um weiterhin die staatliche Förderung abzukassieren. Dass die also gnadenlos übertreiben mit ihren Zahlen. Das ist das, was uns ärgert. Und dafür ist es natürlich interessant zu wissen, dass eben, wenn da steht Dauerteilnehmer, dass da fast die Hälfte von Mitwirkende oder Organisatoren sind. Ja, und da sind wir schon beim Thema. Ich hatte ja letztes Mal schon erwähnt, mit dieser Bettenaktion, wo dann eben auch immer tolle Zahlen gemeldet werden. Dieses Jahr sollten, erst waren 15.000 Privatquartiere gesucht, nachher waren es dann noch 12.000 und dann wurde auch gemeldet, das Ziel sei erreicht. Wir mittlerweile wissen, wurde das Ziel nicht erreicht. Angeblich wurden knapp 12.000 Betten gefunden. Aber der Kirchentag hat sich natürlich so ausgedrückt, dass dann nachher doch die Schlagzeilen waren, alle 12.000 Betten gefunden und so weiter. Ich hatte in dem Zusammenhang ein Video erwähnt, auf der Facebook-Seite des Kirchentages mit der Unterschrift, das Bettenziel ist erreicht. Und da ja vorher das Bettenziel von 12.000 ausgegeben worden ist, kann man das auch nur so verstehen, als ob die 12.000 Betten gefunden werden. Und in dem Video ist der Chef der Berlinale, Dieter Kosslick, und erzählt, ja, eigentlich wollte ich hier so ein Werbevideo machen, aber sie haben alle schon so viele Betten zusammen zur Verfügung gestellt, das hat so super funktioniert, dass sie mich jetzt noch bedanken will. Und ich hatte daran kritisiert, dass der Kirchentag hier praktisch eine ganz falsche Darstellung der Situation liefert. Denn die haben ihre 12.000 Betten nicht zustande gekriegt. Und zu dem Zeitpunkt, als das Video aufgenommen war, kann das auch noch gar nicht absehbar gewesen sein, dass die 12.000 erreicht wurden, weil die ja nie erreicht wurden. Wenn du am Ende mehr hast, dann kann das schon sein, dass du irgendwann den Trend absiehst und sagst, ja, wir liegen auf jeden Fall da drüber. Naja, also hatte ich ja beim Kirchentag angefragt und die haben dann nur gesagt, ja, ja, das Video ist vorher aufgenommen worden. Ich hatte allerdings auch bei Dieter Kosslick angefragt und eine freundliche Rückmeldung bekommen. Und zwar hatte ich gefragt, wann das Video aufgenommen worden war, weil ich ja gesagt habe, es ist nicht erkennbar, wann es bei der Bettenkampagne überhaupt einen Zeitpunkt gegeben haben sollte, wo einerseits noch ein Werbevideo Werbevideo hätte gedreht werden sollen und andererseits, wo er schon hätte absehen können, dass das Werbevideo gar nicht mehr nötig war. Hatte ich ja erklärt in der Sache. So, jetzt, ich versuche ja immer abzuchecken, gibt es irgendeine harmlose Erklärung? Weil ich ja auch keine falschen Vorwürfe machen will. Und ja, der Kirchentag war hier nicht sehr hilfreich. Ich vermute mittlerweile Folgendes. Also, Dieter Kosslick hatte nur an dem einen Tag Zeit, am 20. April. Am 19. haben sie sich schon bei ihm gemeldet und haben gesagt, wir wollen statt eines Werbevideos lieber ein Danke-Video machen. Und am 19. das war praktisch am Anfang dieser letzten Hilfeaktion, die die machen. Das machen die übrigens immer. Also, seit Jahren ist immer, anderthalb Wochen vor Ende der Bettenaktion, ist dieser Carsten Kranz oder Carsten Knall, ist da in dem gleichen grünen Zelt, stellt sich ja irgendwo hin, guckt aus dem Zelt und sagt, bitte spenden Sie noch Betten für unsere Aktion. Also, die machen jedes Jahr, habe ich mittlerweile gemerkt, genau die gleichen Aktionen. Die sind halt professionell. Ich meine das jetzt nicht negativ, aber das sind halt immer die gleichen Aktionen. Und es zeigt eigentlich, wie professionell die sind, aber auch, wie gut die das eigentlich wahrscheinlich einschätzen können, diesen Verlauf der Aktion. Ich gehe mittlerweile davon aus, Kirchentag hat sich natürlich nicht dazu geäußert, dass die das Video mit dem Kosselig machen wollten und dann gemerkt haben, bis die das Video online stellen. Und das war ja so ein Video praktisch für, das kam ja nicht im Fernsehen jetzt als Werbung, sondern über Social Media. Bis sich das so weit verbreitet, dass da noch Leute von erfahren, die noch keine Betten zur Verfügung gestellt haben, wäre die Frist schon abgelaufen gewesen. Und ich deswegen glaube ich, dass die das deshalb zu einem Danke-schönen-Video gemacht haben, weil das als Werbevideo keinen Sinn mehr gemacht hätte. Aber nicht, weil jetzt die Resonanz so gut war, sondern einfach, weil die den Kosselig noch jetzt das Video machen wollten, aber gemerkt haben, dass das als Werbevideo zu spät gekommen wäre. Und dann ein Punkt, das ist mir erst nach unserem letzten Podcast aufgefallen, Kosselig selber sagt in dem Video auch nichts von dem Bettenziel oder von den 12.000, sondern er sagt nur, dass jeder, der ein Bett haben wollte, auch eins zur Verfügung gestellt kriegt. Es ist der Kirchentag, der darunter schreibt, das Bettenziel ist erreicht und damit praktisch dieses Bettenziel von 12.000 impliziert. Nur, hatten wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen, was normalerweise passiert ist, die sehen halt, wie viele Leute melden sich an und wie viele Betten brauchen wir. Wenn jetzt sowohl die Nachfrage als auch das Bettenangebot unterhalb dem Ziel bleibt, dann kann das viel, viel weniger sein und trotzdem kriegt jeder ein Bett. Und solange jeder ein Bett kriegt, können die immer sagen, ja, wir haben das Bettenziel erreicht. Das kann ja keiner kontrollieren. Und ich glaube, das ist auch das, was die machen. Und zwar habe ich mittlerweile rausgefunden, ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, in Stuttgart wurde gesagt, wir haben 10.000 Betten gefunden und dann waren nicht mal 7.000 Privatquartiere in der Statistik. Und das ist einfach nicht erklärbar, dass sich praktisch in vier Wochen, sagen wir mal, noch 3.000 Leute plötzlich absagen. Oder dass sie das nicht genauer steuern können. Und wenn die jetzt vier Wochen vorher gewusst hätten, also die Anmeldefrist ist ja, glaube ich, am Anfang April. oder Ende März für die Betten. Das heißt, den ganzen April überwissen die schon, wie hoch der Bettenbedarf ist. Und wenn die jetzt gewusst hätten, da haben nur 7.000 Leute nachgefragt, dann hätten die ja nicht noch ihre ganze Bettenwerbung machen müssen. Also das ist aus meiner Sicht, ich habe auch hier versucht, so wie eben bei dem Cossack-Video, gibt es eine harmlose Erklärung. Ich habe keine gefunden. Ich habe dem Kirchendach geschrieben. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich werde das auch im Podcast so darstellen. Vielleicht wollen sie noch mal Stellung nehmen. Aber kam natürlich nur zurück. Dazu ist schon alles gesagt worden. Und so, das war der Stand beim letzten Mal. Jetzt habe ich mittlerweile gesehen, dass der Kirchentag immer so Meldungen rausgibt, dass wievielte Bett schon gefunden ist. Weißt du, so um die Aktion noch mal in die Medien zu bringen. Dann sagen sie, hier, 3000 ist das Bett gefunden, Ehepaar so und so. Dann kriegen die da irgendwie, was weiß ich, einen Schatz oder einen Gutschein oder sowas. Und jetzt habe ich gesehen, in Bremen war das Bettenziel, das war 2009, glaube ich, da war das Ziel 10.000. Und ich glaube, für den Kirchentag ist auch wegen der Öffentlichkeitswirkung wichtig, dass die immer bei dieser Größenordnung 10.000 bleiben. Die sind bei den Zielen nie unter 10.000 gegangen. In Dresden hatten sie es mal, ausgerechnet Dresden, in der entchristlichsten Gegend Europa, hatten sie wohl so viel Bettenresonanz, wahrscheinlich alles von Konfessionslosen, dass sie das Ziel von 10.000 auf 12.000 hochsetzen konnten und die angeblich auch tatsächlich fast komplett gefunden haben. Anders als in Stuttgart beispielsweise. Oder, na gut, Berlin ist ja jetzt auch nicht so christlich. Aber in Bremen wurde also wieder anderthalb Wochen vor Ende der Aktion, wurde gemeldet, das 8.000. Bett sei gefunden. Und hier steht in der Meldung drin, am 20. April wurde in der Kirchentagsgeschäftsstelle die 8.000er Marke der großen Bettenkampagne geknackt. Anna und Walter Brothage aus Bremen-Walle sind die Gastgeber, die das 8.000. Bett zur Verfügung stellen. Also hier wird nicht davon gesprochen, dass irgendwie rund 8.000 Betten da waren. Sondern es wird ganz gezielt behauptet, da hätten Leute das 8.000. Bett zur Verfügung gestellt. Das war noch anderthalb Wochen vor Ende der Kampagne. Nur, der Statistik zufolge haben 6.778 Leute ein Privatquartier gehabt. Und das beißt sich mit den 8.000 vor Ende der Kampagne. Das klafft auseinander. Und ich habe den Kirchentag gefragt, was ist davon zu halten? Und sie wollten sich nicht dazu äußern. Und dann das Gleiche in Stuttgart 2015, also beim letzten Kirchentag praktisch. Jetzt nicht dieses Jahr, sondern der davor. Wurde auch wieder dem Bereitsteller des, äh, warte, hier haben wir es, geschafft. Wie erhofft hat der Deutsche Evangelische Kirchentag in Stuttgart 10.000 private Schlafplätze für angemeldete Besucher des Glaubensfests Anfang Juni gefunden. Der Besitzer des 10.000. Gräbeles, wie im Schwäbischen die Bettritze genannt wird, erhielt zum Dank ein Trikot mit den Unterschriften des Fußball-Drittligisten Stuttgarter Kickers, wie der Kirchentag am Dienstag mitteilte. Also es wird nicht gesagt, wir haben genug Betten, dass jeder eins kriegt, oder wir haben ungefähr die Grenze erreicht, sondern es wurde überhaupt, hier ist das 10.000 zu Bett gefunden, und es wurde der Name von jemandem genannt, der das zur Verfügung gestellt hat. Und hatte ich beim letzten Mal schon gesagt, tatsächlich haben weniger als 7.000 Leute in Privatquartieren übernachtet. Das ist eine Differenz von über 3.000. Das ist nicht erklärbar. Das ist, meine, es ist nicht so opportun, wenn wir jetzt direkt sagen, dass der Kirchentag lügt. Aber ich denke, diese Lücken klaffen für sich. A, ich beim besten Willen kann mir nicht vorstellen, wie diese Lücke zustande kommt, außer der Kirchentag bringt hier Fantasiezahlen. Und auf mehrfacher Nachfrage hat mir der Kirchentag mehrfach gesagt, er will sich nicht dazu äußern, oder dazu sei schon alles gesagt. Und das, was gesagt wurde, war allgemein, dass eben die Privatquartiere in der Statistik nachher immer etwas weniger sind als am Ende der Bettenkampagne, weil immer noch Bettenbereitsteller absagen und Kirchentagsbesucher absagen. Das ist eigentlich kein Problem, weil das ja Angebot und Nachfrage zurückgehen. Aber das kann hier und hier mal 3.000 Leute sein bei 10.000 oder 12.000 Leuten. Also ja, 30 Prozent, das ist nicht einsehbar. Und das betrachte ich persönlich, bewirkt das bei mir den Eindruck, dass der Kirchentag hier systematisch lügt und sich einen Scheiß kümmert darum, was er für Zahlen veröffentlicht, sondern er will diese Größenordnung, 10.000 Betten, aufrecht erhalten. Man kennt das ja auch eh aus diesen Gerichtssendungen. Sie müssen nicht aussagen, wenn Sie sich selbst belasten würden. Ja, ich hatte überlegt, ob ich das als Signatur unter meine E-Mail schreibe. Alles, was ich mir schicken kann, kann und wird im Podcast gegen Sie verwendet werden. Ja, also hier, ich hatte also sehr freundlich geschrieben in meiner Mail auch noch, ich möchte hinzufügen, dass ich das nicht persönlich sehe und Ihnen für Ihre Rückmeldung danke. Ich nehme an, Sie sind selbst in, ich habe ja die extra noch dabei geschrieben, ich nehme an, Sie sind selbst in einer blöden Situation, mit der Sie vielleicht nicht gerechnet haben, als Sie die Presseaufgaben beim Deutschen Evangelischen Kirchentag übernommen haben. Dann kam zurück, hallo Herr Krause, wir hatten ja bereits festgestellt, dass zu dem Thema von unserer Seite alles gesagt ist und von Frau Voss, den Namen möchte ich hier wirklich mal würdigen. Zu den Privatquartieren hat mein Kollege so und so Ihnen bereits ausführlich geantwortet. So, also, kann jetzt jeder selber nachdenken, was damit gemeint ist und das ist nur der Anfang. Frau Osterau hat sich auch in einem Interview während des Kirchentages beim, glaube ich, oder nee, WDR war das, hat sie erwähnt. Ihr habt doch letztes Mal in Leipzig, war sie ja gerade zur Kirchentagspräsidentin gewählt worden, also die wählen ja für jeden Kirchentags einen eigenen Präsidenten oder Präsidentin, das sind dann immer irgendwelche Laien, die das nebenberuflich machen und sie hat sich wie folgt geäußert. Damals in Dresden, da hat nämlich der Dialog tatsächlich auf dem Podium stattgefunden, aber auch nebenher und das war ein witziges Erlebnis, weil die Atheisten, Leute von der Giordano Bruno Stiftung, ja sozusagen eine Konkurrenzveranstaltung angeboten haben während des Katholikentages, gottlos glücklich, Vorträge in einem alten Kino und ich bin da hingegangen und habe mich dort abseits der großen Mikrofone und der großen Öffentlichkeiten mit denen am Tisch unterhalten. Das war spannend, interessant und sehr sympathisch. Philipp, wie war du, ich glaube, du warst damals dabei, wie war das deiner Erinnerung nach? Also ich hatte sie jetzt nicht direkt gesprochen, ich hatte nur ganz kurz mal zugehört und ja, also sympathisch würde ich sie jetzt nicht beschreiben von meiner Warte aus. Also offensichtlich sind ja auch keine GBS-Übertritte zur evangelischen Kirche bekannt geworden danach, ne? Ja, sie kam mir irgendwie ziemlich jubial vor. Also ich, äh, das, ich weiß auch nicht. Also ich hatte gehört, sie hätte, und ich erinnere mich auch, dass das damals irgendwo auf den einschlägigen Kanälen bei Facebook oder beim ATS-Media-Blog in den Kommentaren irgendwo stand, dass sie David auf den Kirchentag eingeladen hätte, vielleicht sogar mit seinem Mose. Hast du da eine Erinnerung dran? Also es gab eine, ja, unverbindliche Einladung. Ähm, die Sache war die, dass David sich bereits beworben hatte für den Kirchentag als, ja, als Mithelfer. Äh, nee, nee, als Mithelfer, äh, bei der Organisation. Ähm, er hat auf diese, äh, Bewerbung aber nicht mal, nicht einmal eine Absage bekommen und, äh, der Kirchentag hat sich niemals bei ihm wieder gemeldet. Und, äh, ich meine mich zu erinnern, dass Frau Osterau ihm gesagt hat, er sollte doch einfach mal eine Mail schreiben. Ach so. Mhm. Und das, äh, ja, wusste sie aber offensichtlich nicht, dass er das bereits getan hat. Ach so. Und, ähm, ja, der, der Kirchentag hat sich aber, wie gesagt, nie gemeldet. Ja, bei mir hat er sich gemeldet. Ich hatte nämlich folgendes gefragt, nachdem ich dieses Interview gehört hatte. Ich hab Frau Osterau gemeldet. Mir wurde gesagt, Sie hätten damals an David Farago eine Einladung zum diesjährigen Kirchentag ausgesprochen. Dies sei aber nicht realisiert worden. Können Sie mir mitteilen, ob Sie damals tatsächlich eine Einladung ausgesprochen haben und wenn ja, warum sie nicht realisiert wurde? So, jetzt kam von Frau Osterau nur eine Rückmeldung. Kann momentan nicht antworten, weil ich beim Kirchentag bin. Aber ich hatte natürlich auch noch an das Pressebüro da vom Kirchentag geschrieben und hier schrieb mir Frau Voss. Kirchentagspräsidentin Christina Osterau sucht aktiv den Dialog mit den Säkularen. Aus einem Gespräch zwischen ihr und David Farago auf einer Gegenveranstaltung der Giordano-Bruno-Stiftung während des Katholikentags in Leipzig 2016 entwickelten sich zwei Veranstaltungen mit humanistischen Gemeinschaften, unter anderem morgen im Roten Rathaus zu Offene Gesellschaft, wo sind die Grenzen der Toleranz? Ja, das war also die Auskunft von Frau Voss. Ich bin sicher, dass sie gar nicht bei Frau Osterau rückgefragt hat, sondern sich einfach irgendwas zusammenfantasiert hat hier. Denn, wie treue Hörer wissen, hatte mir ja wenige Tage vorher Carsten Frerk genau geschildert, wie diese Veranstaltung, die Frau Voss benannte, wie die zustande gekommen war. Und zwar soll die Carsten Frerk zufolge von einem Referenten beim Kultursenator ausgegangen sein. Die wollten Christen und A-Religiöse zusammenbringen. Und Carsten sagte, die Kirchen hätten das eigentlich gar nicht so gut gefunden. Aber als sie dann merkten, dass sie dadurch gute Schlagzeilen gekriegt haben, waren sie praktisch zufriedener damit. Und Frau Osterau hat das ja selber mindestens ein, ich glaube zweimal irgendwo erwähnt, ja, beim Kirchentag diskutieren wir auch mit Atheisten. So, und jetzt hatte ich Carsten noch mal angefragt, so eine Veranstaltung zustande zu bringen, ist ja komplex. Jetzt dachte ich, hat er vielleicht mehr so ein bisschen den Nicht-Kirchentagsteil hervorgehoben. Aber vielleicht könnte man das ja aus der Sicht des Kirchentags so sehen, dass jetzt diese Veranstaltung von denen. Und er schrieb mir also zurück, Frau Osterau hat mehrfach schlicht Falsches, und er hat mir auch gesagt, dass ich das im Podcast bringen darf. Frau Osterau hat mehrfach schlicht Falsches gesagt oder hatte offensichtlich keine Ahnung, wovon sie sprach. Sie hat anscheinend die Tendenz, immer recht haben zu wollen, alles initiiert zu haben. Also noch einmal, die Veranstaltung im Roten Rathaus war die Initiative des Referenten für Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften beim Kultursenator Hartmut Rhein. Am Ende des Podiums, Carsten war ja bei der Veranstaltung, haben wir noch am Samstag darüber gesprochen, denn er war sichtbar stolz, dass dem Senat da etwas Gutes gelungen war, religiöse und säkulare an einen Tisch zu bringen. Die Vertreter des DEKT waren anfangs gar nicht positiv davon angetan. Erst als sie merkten, dass sie dafür eine gute Presse bekamen, waren sie auch dafür. Also mein Eindruck... Also haben sowohl Frau Voss als auch Frau Osterau gelogen. Frau Osterau kann ich hier in diesem Zusammenhang nicht der Lüge bezichtigen, weil ich ja nur gefragt habe, ob es eine Einladung gab. Und Frau Osterau hat mir ja auch nicht geantwortet. Und Frau Osterau selber hat auch nicht gesagt, dass diese Podiumsveranstaltung aus dieser Einladung hervorgegangen sei. Sondern, was hier offensichtlich der Fall war, Frau Voss hat gesehen, oh ja, da steht diese Einladung im Raum. Jetzt erzähle ich einfach mal, diese Podiumsveranstaltung hätte sich daraus entwickelt. Das ist ja so unverbindlich. Das könnte plausibel sein. Aber offensichtlich hört man beim Kirchentag nicht genug Ketzer-Podcasts, sodass sie nicht wissen konnte, dass ich jetzt durch Zufall wusste, dass es da eine andere Darstellung gab. Und wie gesagt, Carsten Freyck hat mir das nochmal ausdrücklich bestätigt, sodass... Nee, ich meine, Carsten hat doch gesagt, dass Frau Osterau gelogen hat, oder? So klar ist gerade von dir. Carsten sagte, Frau Osterau hat... Nein, sie hat nicht gesagt gelogen. Der Unterschied zwischen Lüge und Unwahrheit ist, dass bei der Lüge du noch die Absicht und du unterstellst, dass der jener das absichtlich macht und wissentlich was Falsches sagt. Carsten sagt aber nur, Frau Osterau hat mehrfach schlicht Falsches gesagt. Das ist nicht das Gleiche wie Lüge. Das ist eine Unwahrheit. Oder hatte offensichtlich keine Ahnung, wovon sie sprach. Also, das war hier ganz penibel sein. Müssen wir das nachher rausschneiden? Nein, nein, wieso? Habe ich ja jetzt klargestellt, was gemeint ist. So, und das ist hier, Christian hatte uns das doch mal im Podcast erzählt, dieses Bullshit. Es kommt gar nicht darauf an, ob es wahr oder falsch ist. Es muss gerade nur irgendwie nützlich sein. Es muss einem nur gerade in den Kram passen. Das ist genau das mit diesen Bettenzahlen. Das ist genau das hier. Es kommt eine Anfrage und man schreibt einfach irgendwelchen Scheiß zusammen, der jetzt nur durch Zufall sozusagen als unwahr entlarvt werden konnte. Und das ist natürlich für einen Kirchentag eigentlich schon mal peinlich. Aber gut, die sind professionell und zwar in jeder Hinsicht. Das machen ja andere Veranstalter beispielsweise auch gerne mal, dass sie die Zahlen übertreiben. Aber es ist hier eben besonders ärgerlich, weil ja aufgrund dieser Fantasiezahlen dann immer wieder die neuen Finanzspritzen vom Staat eingefordert und auch erhalten werden. Das ist ja der Punkt, der so ärgerlich ist. Und ich habe Frau Forstlein zurückgeschrieben und habe gesagt, also mein Eindruck ist, sie haben sich einfach irgendwas ausgedacht. Das werden sie vielleicht nachvollziehen können. Aber auch da kam natürlich dann keine vernünftige Ausführung. Ich weiß nicht, ich glaube, sie hat dann zurückgeschrieben, nur alles gesagt oder so, aber da wollte man sich dann nicht mehr zu äußern. So, Breaking News. Hier ist Matthias aus der Zukunft. Während ich an dieser Folge schneide, erreicht mich eine weitere Mail des Kirchentages von dem anderen Kollegen, also nicht Frau Forst, sondern von dem anderen Herrn, der immer sehr freundlich geantwortet hat. Und er schreibt mir, Hallo Herr Krause, Sie haben recht. Es gab ein internes Missverständnis, das in der Mail von Frau Forst einen kausalen Zusammenhang zwischen der Begegnung in Leipzig und der Veranstaltung in Berlin hergestellt hat. Dieser direkte Zusammenhang besteht nicht. Die Initiative für die Podienreihe beim Kirchentag ging tatsächlich von Hartmut Rhein, dem ehemaligen Beauftragten für Religionen und Weltanschauungen des Kultursenats aus, ist aber beim Kirchentag sofort auf offene Ohren gestoßen. Unter anderem, weil Christina aus der AU sich schon lange für den Dialog mit atheistischen Gruppen interessiert, daher auch die Begegnung in Leipzig, wo wiederum die Initiative von ihr ausging. Aber es gibt tatsächlich keine direkte kausale Linie zwischen der Begegnung in Leipzig und der Veranstaltung in Berlin, höchstens eine verstärkende. Bitte entschuldigen Sie die verspätete Antwort. Im Abbau der letzten Tage war es schwer, jemanden für eine Klarstellung zu fassen zu bekommen. Also ich bedanke mich für die Klarstellung und gebe zurück an Philipp und Matthias von gestern. Frau Ausdauer hat sich eigentlich auch selber ein Armutszeugnis ausgestellt, denn sie hat sich offenbar sehr darüber gewundert, dass man mit jemandem wie David reden kann und dass es ihm gar nicht gegen den Kirchentag als solches geht, sondern nur um die Finanzierung. Was kann dabei rauskommen? Dass man plötzlich sich sympathisch findet, obwohl man total konträre Ansichten hat. Also dass ich den Menschen kennengelernt habe, der da mit seinem Moses und dem elften Gebot durch die Kirchentage und Katholikentage zieht und von dem erfahren habe, dass er eigentlich ein ganz offener Mensch ist und dem Kirchentag gar nicht böse gegenübersteht, sondern es ihm einfach um die Finanzierung geht, aber dass man mit dem reden kann. Gleiche Rechte für sich verlangen. Und da muss man sich ja wirklich fragen, welchen Teil von du sollst deinen Kirchentag selbst bezahlen, hat Frau Ausdauer nicht verstanden. Aber es kommt noch besser. Also ich habe mittlerweile den Eindruck, Frau Ausdauer war ja auch beim Atheist-Media-Blog, hatten wir schon darüber gesprochen, wo sie groß verkündet hätte, ja, eigentlich wäre es ja am liebsten, mit Atheisten zu diskutieren oder vor den Atheisten vorzutragen. Denn die Christen, die würden immer sehr dazu neigen, alles nur abzunicken. Und natürlich müsste eine Argumentation auch vor Kritikern oder Andersdenkenden Bestand haben. Und dann hat sie ja jemand eingeladen, beim Atheist-Media-Blog mitzudiskutieren. Da hat sie sich dann zwei, maximal dreimal blicken lassen und hat absolut enttäuscht. Sie hat gar nicht erst versucht, ihren Glauben zu verargumentieren. Nein, sie hat praktisch nur noch versucht, irgendwie zu argumentieren, dass er nicht total unsinnig wäre, sondern dass er noch irgendwie vernünftig wäre. Und sie hat natürlich auch keine vernünftigen Antworten auf unsere sehr detaillierte Kritik abgeliefert. Und ich habe mittlerweile den Eindruck, Frau Ausdauer, das ist dieser alte Apologeten-Trick, man tut so, als würde man sich an Atheisten richten oder als könnte man sozusagen erfolgreich mit Atheisten diskutieren. Tatsächlich will man aber nur seinen Schäfchen diesen Eindruck vermitteln, damit die denken, oh, unser Glaube ist rechtfertigbar. Gab es doch vor einiger Zeit, ein paar Monaten, so ein Video von so einem Prediger, der behauptete, er sei irgendwie an so eine namhafte Uni eingeladen worden, um mit irgendeinem Atheisten zu diskutieren. Da haben sie erst mal Atheisten überprüft und die Uni wusste überhaupt nichts von so einer Veranstaltung, oder dass der Typ da eingeladen wurde. Und deswegen ist mein Eindruck, Frau Ausdauer will sich hier sozusagen so eine Art Glaubwürdigkeitspunkte sammeln, dass sie mit Atheisten diskutiert. Aber es geht ja gar nicht um die Diskussion, sondern sie will eben nur so tun, als könnte man den Glauben vernünftig verargumentieren. Und ich muss sagen, von den Argumenten, die ich für den Glauben kenne, sind die von Frau Ausdauer auch wirklich die armseligsten und peinlichsten. Also ich habe sie neulich wieder im Fernsehen da gesehen. Wenn ich nicht meine Ohrhörer drin gehabt hätte, wäre mir wahrscheinlich das Gehirn rausgelaufen aus den Ohren bei dem Zeug, was sie gesagt hat. Also richtig diese Kirchenlitanei, wo du immer vorher schon weißt, was kommt. Es gibt so eine Kirchensprache. Wundert mich nicht, dass die wenig, wenig Anklang findet. Also sei es sehr vorhersehbar. So. Also das Interview hat Frau Ausdauer dann genutzt, um sozusagen auch noch die Glaubwürdigkeit von David Farago und dem elften Gebot zu unterminieren, weil die Hörer praktisch, weil sie halt gesagt hat, ihre Gesprächspartner damals hätten vieles nicht gewusst und Frau Ausdauer hätte Sachen klarstellen können. Und da müssen natürlich die Hörer denken, David macht da eine große Aktion mit seinem Moses und hat gar keine richtigen Informationen oder wird da aktiv aufgrund von falschen Vorstellungen. Ich spiele das da hier mal wieder ein. Dass aber auch ganz vieles für sie nicht klar war oder dass sie auch vieles nicht wussten und dass es eine Chance war, mal so unter vier, sechs, acht Augen zu diskutieren und ein paar Sachen auch klarzustellen, woher unsere Finanzen kommen und was wir mit dem Kirchentag wollen und auch machen. Ja, und wenn man jetzt David kennt und das elfte Gebot, dann weiß man ja, dass wahrscheinlich niemand die Position des Kirchentags so gut kennt wie die. Insbesondere kennt David die Position besser als Journalisten und die Politiker, die immer diese Finanzspritzen genehmigen. Da habe ich ihn natürlich gefragt, was soll Frau Ausderau den Leuten damals Neues erzählt haben? Und, ah, habe ich nicht nur mich gefragt, sondern auch Frau Ausderau. Habe also hier geschrieben, sehr geehrte Frau Ausderau. Das war die gleiche Mail wie das andere. Für den Ketzer-Podcast recherchiere ich gerade zu der fragwürdigen Kommunikation des Kirchentages. Ich habe dann da auf diese Betten-Geschichte verwiesen. Der Beitrag soll Anfang nächste Woche produziert werden. Das bezieht sich auf diesen Beitrag hier. In ihrem Interview mit dem WDR 5 für die gestrige Sendung Diesseits von Eden erwähnten sie ihre Begegnung mit der Kirchentags, mit Kirchentags-kritischen Aktivisten der Giordano-Bruno-Stiftung, auch speziell David Farago als den Menschen, der mit seinem Moses über Kirchentage und Katholikentage zieht und die Aktion Elftes Gebot. In diesem Zusammenhang behaupten sie, ihre damaligen Gesprächspartner hätten vieles nicht gewusst und sie hätten die Gelegenheit gehabt, ein paar Sachen klarzustellen. Diese Darstellung ist meines Erachtens nach geeignet, die Glaubwürdigkeit und Professionalität von David Farago und seiner Aktion zu untergraben. Ich kenne David Farago und seine Aktion seit Jahren und habe viel Kontakt mit denen, auch und gerade im Hinblick auf die Argumentation der Kirchentags-Lobbyisten. Mein Eindruck ist, dass niemand die Position der Kirchentags-Lobby so gut kennt wie das Team vom Elften Gebot. Ich war daher überrascht zu hören, dass ihre Gesprächspartner damals vieles nicht gewusst haben sollten und sie offenbar Dinge klarstellen konnten. Ihre Darstellung scheint mir gut zu meinem geplanten Bericht zur Kommunikation des Kirchentags zu passen. Ehrlich gesagt bezweifle ich, dass sie den Aktivisten irgendetwas Neues sagen konnten und ich vermute, dass es ihnen bei der Darstellung nicht zuletzt auch darum ging, die Kirchentagskritische Aktion Elftes Gebot unprofessionell dastehen zu lassen. Meine Vermutung mag freilich unzutreffend sein, daher schreibe ich Ihnen auch so offen, was ich davon halte. Vielleicht können Sie kurz ein, zwei Punkte der vielen skizzieren, die Ihre Gesprächspartner damals nicht wussten und die Sie klarstellen konnten. Mit Dank im Voraus und freundlichen Grüßen Matthias Krause. Antwort wieder von Frau Voss. Kirchentage sind keine Missionsveranstaltungen, sondern ein offenes Forum, auf dem viele Themen der Zeit diskutiert werden. Das meinte Christina aus der Au mit Missverständnissen. Vielleicht fragen Sie einfach die Gegenseite, wie sie das Gespräch im Mai 2016 empfunden hat. Und auch hier bin ich sicher, dass Frau Voss überhaupt nicht erst nachgefragt hat bei Frau aus der Au, sondern sich überlegt hat, was könnte Frau aus der Au klargestellt haben und dann hat sie hier das mit den Missionsveranstaltungen gesagt. Aber man muss wirklich mal kurz innehalten, wie bekloppt das ist. Man kann doch nicht vom Kirchentag den missionarischen Charakter komplett verneinen. Ich würde ja auch sagen, dass der Kirchentag vielleicht nicht hauptsächlich zur Missionierung gedacht ist. Aber er dient immer noch der Werbung und das kann man noch nicht einfach komplett abstreiten. Ich meine, und der Umstand, das ist so ein typisches Kirchenargumentationstrick, der Umstand, dass Kirchentage auch ein offenes Forum sind, auf dem Themen der Zeit diskutiert werden, beweist ja nicht, dass Kirchentage nicht auch der Werbung für Kirchen dienen. Genauso wie das offene Forum nicht bedeutet, dass Kirchentage nicht der Gemeinschaft und dem Singen und dem Erlebnis dienen. Also das wird nirgendwo angeführt. Immer wird gesagt, Kirchentage sind dies, sind das. Nur Missionierung, missionarisch sind sie auf keinen Fall. Das ist völlig absurd, zumal ja die Christen von Jesus selber den Missionierungsbefehl haben. Und das ist also völlig absurd, diese alberne Auskunft. Das zeigt nur, wie schamlos und dreist die Leute da beim Kirchentag sind. Das kann ich wirklich nicht anders sagen. So, aber zum Glück erhielten wir Unterstützung von unerwarteter Seite, denn Frau aus der Au ist ja jetzt abgehakt, sage ich mal. Es wurde ein neuer Kirchentagspräsident gewählt und eigentlich sollte es Frank-Walter Steinmeier werden, aber der ist ja jetzt richtiger Präsident geworden. Und zu meiner eigenen Überraschung wollte man offensichtlich keine Doppelbesetzung. Ich weiß nicht, wie das bei Katrin Göring-Eckardt war. Also die war ja auch irgendwie grünen Mensch und Kirchentags-Mensch. Ich hatte bisher nicht den Eindruck, dass da die großen Berührungsängste sind, aber naja, so war es jedenfalls gedacht, jetzt brauchte man einen Ersatz. Und es wurde auch jemand gefunden, nämlich Hans Leihendecker. Und der Kirchentag präsentiert ihn als ehemaligen investigativen Journalisten. Der war beim Spiegel und bei der Süddeutschen und hat dieses Recherchenetzwerk mit aufgebaut. Ist doch in letzter Zeit immer wieder zu hören, dass so verschiedene Medien aus Rundfunk und Printmedien sich zusammengetan haben, um so größere Recherchen zu machen. Ich glaube, diese Steuersachen, diese, da gab es auch irgendwie das. Und tatsächlich, also der Typ hat Meriten. Umso trauriger ist, dass er sich nachher so naiv äußert, aber ich muss das hier mal wirklich vorlesen. Hans Leihendecker ist deutscher Journalist. Er gilt als einer der profiliertesten investigativen Journalisten und deckte seit 1982 viele politische Affären in Deutschland und im Ausland auf. 1982 deckte er mit der Titelgeschichte »Wohin flossen die Flick-Millionen?« den Parteispendenskandal um Hans Friedrichs und Otto Graf Lambsdorff aus, auf die sogenannte Flick-Affäre. Er spezialisierte sich auf die Gebiete Innenpolitik und Geheimdienste, enthüllte Plutonium-Schmuggel beim Bundesnachrichtendienst, die Traumschiff-Affäre um Lothar Späth und die Steueraffäre um Peter Graf. Im Juli 1997 wechselte er nach einer Auseinandersetzung mit Spiegel-Chefredakteur Stefan Aust als leitender politischer Redakteur zur Süddeutschen Zeitung. Er wurde Leiter des Investigativ-Ressorts der Zeitung. Ende 99 veröffentlichte er die CDU-Spenden-Affäre um Bundeskanzler Helmut Kohl und die Bestechungsversuche des Waffenhänders Heinz Schreiber. Seit 2000 beschäftigte er sich unter anderem mit Nebenverdiensten von Politikern, mit dem Fußball-Wett-Skandal, der Visa-Affäre im auswändigen Amt, Falschinformationen der US-Regierung vor dem Irakkrieg, der VW-Korruptionsaffäre sowie der Libyen-Affäre. Leihendecker gehört dem Beirat von Transparency International an. 2001 war er Gründungsmitglied der Journalistenvereinigung Netzwerk-Recherche und ist seither deren zweiter Vorsitzender. Im August 2009 trug seine Recherche dazu bei, dass bei Machtenschaften von Doris Heinze der damaligen Chefin des NDR-Fernsehspiels aufflogen. Im Verlauf der Drehbuchaffäre wurde sichtbar, dass Heinze mithilfe erfundener Autorenidentitäten über einige Jahre ein System der Selbstbegründigung etabliert hatte. 2011 deckte Leihendecker auf, dass der Chef der Gauselmann-Gruppe ungefähr 20 Jahre lang verdeckt Parteispenden gezahlt hatte. Also man fragt sich, welche Skandale der eigentlich nicht aufgedeckt hat. Und umso trauriger ist es jetzt, dass er in seinem ersten Interview praktisch jede, ich sag mal, Glaubwürdigkeit, die du jetzt speziell mit einem kritischen Journalisten, investigativen Journalisten umso mehr verbinden würdest, völlig enttäuscht hat. Also Leihendecker weist erstmal darauf hin, dass er katholisch sozialisiert wurde. Das verheißt ja schon nie was Gutes. Nicht der Punkt, dass jemand katholisch sozialisiert wurde. Aber mein Eindruck ist, sobald jemand darauf hinweist, kommt nachher nichts Gutes mehr. Er ist aber wohl als Teenager zu den Evangelien übergetreten. Er wollte auch mal Priester werden und er hat alle Kirchentage seit 1975 besucht. Also ich glaube, das ist beim Kirchentag auch so, die rufen nicht plötzlich bei dir an in der Süddeutschen und sagen, wollen sie Kirchentagspräsident werden, sondern man bringt sich da schon ein beim Kirchentag. Die haben ja so verschiedene Gremien, auch mit Politikern und so weiter, das ist immer gut bestückt. Und dann gucken die halt, wer würde sich da eignen. Jedenfalls hat Leihendecker im Interview gleich erstmal schön erzählt, dass es bei den Kirchentagen natürlich auch darum geht, Nicht-Kirchenmitglieder zu werben. Aber es kommt doch darauf an, dass man überhaupt Leute gewinnt. Wir sind ja da in Bereichen, wo 10 Prozent der Bevölkerung oder acht oder neun nur noch protestantisch sind und dass man da, und das ist ja auch eine der Aufgaben des Kirchentages, dass man die, die mit Kirche eigentlich nichts zu tun haben, aber dafür gewinnt, dass sie mal reinschauen, dass sie sich das mal anhören und vielleicht auch entschließen jetzt, ohne, dass sie gleich das Gebetbuch unter den Arm nehmen, aber mitzumachen. Also, dass man sich einmischend mitmacht, das ist eine der Aufgaben. Kann man da Leute dazu holen, auch wenn sie nichts mit Kirche zu tun haben? Ja, also es gab einen ganz interessanten Beitrag mal auf dem Stuttgarter Kirchentag, also auf dem 2015 und da erzählte eine Pfarrerin, wie sie versucht, Leute, die auch nicht in der Kirche sind, zu gewinnen, dafür bei Dingen, die für die Gemeinde wichtig sind, mitzumachen und das ist ihr gelungen. Das heißt, die sind da nicht in die Kirche eingetreten, aber sie sagen, ich finde das, was die Kirche hier macht, das finde ich gut und da mache ich mit und da wird auch sehr viel mehr eine Aufgabe liegen, Leute zu gewinnen, die im Moment draußen sind. Man könnte jetzt vielleicht sagen, dass es noch keine Missionierung ist, aber darauf kommt es ja nicht an. Wenn der Kirchentag nicht zuletzt eine Werbeveranstaltung für die Kirche ist, sollte der Staat nicht dafür zahlen. Riesig haben Sie in dem Interview Leinendecker noch direkt mit der Kritik vom 11. Gebot konfrontiert. Die Mitfinanzierung von Kirchen in Katholikentagen durch Bund, Länder und Städte ist in den letzten Jahren zunehmend in die Kritik geraten. Immer sehr laut vornehmbar ist da die Aktion 11. Gebot und deren Mitglied, den Künstler David Farago, habe ich am Rande des Kirchentags getroffen. Es gibt ganz klare Regelungen in sämtlichen Städten, dass gefördert werden da Veranstaltungen von Organisationen, die das nicht selber könnten. Die Kirche macht hier einen Trick. Sie schiebt eine angeblich arme Laienorganisation in den Vordergrund, die tatsächlich nicht Milliarden auf dem Konto hat, aber verschweigt damit, dass es zu 100 Prozent eine Kirchentochter ist. Sie wird überwiegend über 80 Prozent von den reichen Kirchen finanziert und sie wird auch überwiegend alle Funktionäre, die da drin sitzen, werden von Kirchen bestimmt. Es ist eine kirchengemachte Lobbyorganisation, die ganz klar den Auftrag hat, in der Öffentlichkeit zu missionieren. Seit 150 Jahren ist das der Auftrag von Kirchentagen. Und ob mit Steuergeld missioniert werden sollte, das ist nochmal eine weitere rechtliche Frage, ob das legitim wäre. Ich sage nein. Jede Menge Anwürfe, wie reagieren Sie? Also ich habe Kirchentagsprotokolle nachgelesen der 60er, 70er Jahre. So ganz neu ist das nicht, aber aus meiner Sicht ist ganz vieles falsch an dem, was er da gesagt hat. Also das ist tatsächlich eine Laienbewegung, die von Leuten getragen wird. Da gibt es die Laienbewegung, da gibt es die verfasste Kirche. Das ist nicht irgendein Trick, sondern dahinter steckt ja auch eine Idee. Also das können Sie jetzt auch an meiner kleinen Person sehen. Ich glaube auch eine der Ideen war ein Laien dafür zu gewinnen, Kirchentagspräsident zu sein. Und wenn man mit Leuten aus den Städten redet, wie viel auch dann den Städten geblieben ist, dadurch, dass der Kirchentag da war, dass Bremen auch ein Stückchen anderes Gesicht bekommen hat oder in Hannover habe ich wirklich hervorragende Gespräche nochmal mit Stadtleuten geführt. Der Kirchentag bringt ganz viel. Er bringt den Gemeinden viel, aber er bringt auch den Veranstaltungsorten viel. Auch in Berlin? Ich hoffe, auch in Berlin. Alles, was ich bisher gehört habe, klang so. Also auch diese 12.000 Quartiere, die da waren und die vielen Kirchentagsgäste, die auch Berlin anders gesehen haben, als sie es vielleicht vorgekannt haben. Ich glaube, da bleibt eine Menge zurück. Der Regierende Bürgermeister jedenfalls hat erklärt, dass es ein Gewinn gewesen sei. Das ist natürlich genau die Wortglauberei, die David kritisiert. Die Christen sagen doch selber, dass die Kirchen die Gemeinschaft aller Gläubigen sind oder die Kirche die Gemeinschaft aller Gläubigen ist. Die Protestanten sprechen sogar vom Priestertum aller Gläubigen. Außerdem zahlen die Kirchenmitglieder der Kirchensteuer. Wieso soll der Kirchentag dann nicht davon bezahlt werden? Ne, Philipp? Ja. Bemerkenswerterweise hatte Leyendecker sogar noch selbst im Interview deutlich gemacht, dass der Kirchentag von langjährigen Profis organisiert wird und dass die Landeskirche den Kirchentag vorbereitet. Der Kirchentag ist halt eine riesige Veranstaltung, aber sie haben auch eine unglaubliche Bewegung und ein großes Team. Also die haben mir das mal alles vorgestellt und das ist halt, das sind Profis, die das seit vielen Jahren machen und die das hervorragend machen. Aber was du halt brauchst, ist auch die Unterstützung von Leuten im Ehrenamt. Das ist eine ganz wichtige Säule und da ist auch Aufgabe immer eines Kirchentagspräsidenten, die zu ermuntern, zu unterstützen, für die viel zu tun. Das heißt, Sie sind da noch offen, was in Dortmund passieren soll? Na gut, ich bin insgesamt offen. Es gibt die Westfälische Landeskirche, die schon seit einem Jahr, es gab eine sehr schöne Halle, fand ich hier, Halle 7, die Westfalenhalle, dabei ist vorzubereiten. Ich glaube, dass man da miteinander redet und schaut und ich muss erst mal hören, wie weit die sind, wo sie ihre Akzente setzen wollen und dann werde ich mich bemühen, dann meinen eigenen Beitrag zu leisten, nämlich vielleicht andere Akzente noch mit reinbringen oder sie dabei unterstützen. Nur das ist ja ein Miteinanderreden, anders geht es gar nicht. Und als ob das nicht genug wäre, wurde zwei Tage später im Deutschlandfunk auch noch erwähnt, dass der Kirchentag dieses Jahr von der EKD mitveranstaltet wurde. Johann Hinrich Klausen ist Theologe und EKD-Kulturbeauftragter. In dieser Funktion wird und muss ja sicherlich eine EKD-nahe Position vertreten und auch nicht den Kirchentag in die Pfanne hauen, zumal die EKD diesmal ja auch erstmalig Mitveranstalter war beziehungsweise ist. Abgesehen davon, Laiendecker sagt, ich glaube, auch eine der Ideen war, einen Laien dafür zu gewinnen, Kirchentagspräsident zu sein. Auf so eine Idee muss man doch überhaupt nur kommen, wenn der Kirchentag eben keine Laienorganisation ist. Und bei dem hohen Geschwafel, was der Kirchentag den Städten bringt, wenn er so was, so ein Gelaber schon als so wertvoll betrachtet, würde ich ihm als Stadtrat bei der nächsten Anfrage sagen, wir werden für Sie beten, das muss reichen. Wenn er schon so nebulöse Sache als so wertvoll betrachtet, in diesem Fall vom Kirchentag für die Stadt, dann finde ich, müsste das auch umgekehrt funktionieren. Dann müsste ich mir sagen, ja hier, Sie kriegen einen warmen Händedruck. Das ist auch schon viel wert für den Kirchentag. Philipp, was meinst du dazu? Gut, das ist jetzt, er beschreibt jetzt zum Glück nicht die Mission, also Glück für ihn, sondern ja nur, dass er hofft, dass die Leute zumindest für weltliche Dinge oder zumindest, ich weiß gar nicht, ja doch, für weltliche Dinge in die Kirche kommt. Glockengeläut, warte, shit. Ah, ich darf fallen zu Staub. Er will nicht missionieren und dafür werben, dass die Leute aus weltlichen beziehungsweise aus sozialen, ja emotional soziale Gründe in die Kirche kommen. damit schramt er ja haarschhaft an der Missionierung vorbei. Was aber viel interessanter ist, wenn man sich jetzt mal das Kirchentagsprogramm von, jetzt von Berlin und Wittenberg anguckt, findet man zum Beispiel Themen, ich schaue mal eben drüber, zum Beispiel Thementag, was ist die Mission, Glauben in einer pluralen Gesellschaft und was kriegen wir dann noch weiter? Begabt, leben, mutig verändern, Kirche mit Missionen in Berlin und drumherum, war eine Veranstaltung am Donnerstag. Also wenn du noch eine findest, ist schon genauso viel wie Dialog mit Atheisten. Sorry, du warte, warte, warte. Kirche im Kiez, als Gemeinde unterwegs zu Menschen. Erstens, Praxisbeispiele, Impulsreferat, Kirche und Mission und Diskussion. Ach, das war dann sogar ein ganzer Thementag. Was ist die Mission, Glauben in einer pluralen Gesellschaft? Jeder spricht von seiner Mission, aber warum Fremdeln ausgerechnet Christen oft mit diesem Begriff? Verschiedene Ansätze missionarischer Praxis werden in einem, in einen Dialog gebracht und wie sehen die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für das Reden über den Glauben aus? Was ist Mission auf der Suche Zugänge und Positionen? Frisch, frech, fromm, reformatorische Aufbrüche heute, unter anderem mit Collins Labatt, Missionar aus Kenia. Dann ist er bei noch einer Veranstaltung, Schwarzmarkt der innovativen Ideen. Der Mann aus Kenia ist bei der Veranstaltung Schwarzmarkt der Ideen. Ja. Dann Bibelzeit, ein Angebot von lebendige Gemeinde Christusbewegungen in Württemberg, unter anderem mit Carsten Hüttmann, Leiter der, äh, Leiter vom Referat für missionarisch programmatische Arbeit in Kassel. The Long Road to Women's Ordination, Controversies in Zambia, India and Germany, in Cooperation with Gosner Mission, oder Mission. Ich habe mal geguckt, das ist eine richtige Missionierungs, ähm, äh, Organisation. Dann habe ich hier noch, äh, was von einer Mission, äh, von einer Berlin-Mission gefunden. Ich weiß jetzt nicht, ob die direkt zur Missionierung, gehören, oder ob das nur deren Name ist. Die Bahnhofsmission ist ja, glaube ich, auch nicht direkt mit Missionierung, oder? Also, ich meine, in dem Moment, wo man Mission im Namen hat, äh, ist die Beweislast sozusagen auf der anderen Seite, dass das nicht der Missionierung dient, ne? Ja, Moderat. Ich glaube, es wird auch klar, worauf du hinaus willst. Ich nehme an, du hast hier die Datenbank vom Kirchentag, die Programmdatenbank angezapft und nach Missionen gesucht, ne? Äh, ich gucke noch mal, warte, warte, ich gucke noch mal nach einem weiteren, ich will noch ein paar weitere Beispiele, aber nennen wir jetzt, äh, je mehr es wird, desto besser. Ja, Berliner Missionswerk und sein Partner, der Jerusalem-Verein, blablabla. Workshop, mein Alltag und die Bibel mit, äh, Kerstin Offermann, Referenten, Arbeitsgemeinschaft, missionarische Dienste in Berlin. Ähm, nochmal eine Veranstaltung mit Berlin Missionen. Workshop Gottesgeschichte, auch nochmal mit der Kerstin Offermann. Love in Hard Times, Resistance and Resilience mit Dr. Laurie Krauss, oder Laurie Krauss, Mission Director, Presbyterian Disaster Assistance. Workshop, Glaube ist bunt, seine internationale Vielfalt entdecken, vom Netzwerk Junge Erwachsene, Vereinte Evangelische Mission, Wuppertal, Mischka Makova, International Justice Mission, Künstlerbotschafter, Singen gegen Sklaverei, Lieder für Gerechtigkeit, also auch wieder Missionierung. Bar die Liga Theater of Peace in Cooperation with United Evangelical Mission. Und ich habe jetzt erstmal nur das erste Drittel des Kirchentagsprogramms hier abgearbeitet. Also, wenn behauptet wurde, von der Frau Austerau, dass der Kirchentag keine Missionierungsveranstaltung ist. Und ich muss nochmal kurz einhaken, Frau Austerau hat mir nichts mitgeteilt. Frau Voss hat mir gesagt, Frau Austerau hätte das gesagt. Ich bin aber sicher, dass man das nicht Frau Austerau anlasten kann, weil Frau Voss sich das ausgedacht hat. Ja. Aber die These, die ich offiziell vom Kirchentag erhalten habe, sind Kirchentage, sind keine Missionsveranstaltungen. Ja. Und das ist eindeutig nicht wahr. Das stimmt eindeutig nicht. Jetzt habe ich überlegt, wie gesagt, ich überlege ja immer, wie kann man das jetzt so am positivsten für die Gegenseite aussehen. Man könnte ja jetzt sagen, okay, da sind aber die Christen unter sich und auf diesen Veranstaltungen selber wird ja keiner missioniert. Aber der Kritikpunkt wäre hier, der Staat finanziert ja praktisch hier diese Missionsstrategien. Ja. Und das ist ja auch schon ein bisschen heikel. Abgesehen davon, du erwähntest die Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste, die haben sich auch, komischerweise, man fragt sich warum, mit dem ganzen Reformationsjubiläum und Reformationssommer beschäftigt. Weiß auch nicht, wenn das doch gar keine Missionsveranstaltung ist. Jedenfalls haben die geschrieben, also schon 2015, haben die sehr schöne, so einen Studienbrief rausgebracht, wo genau drinsteht, was geplant ist, welche Politiker, wo sitzen, wie die Zusammenarbeit da zwischen Staat und Kirche ist. Da steht also drin, der Reformationssommer 2017, wo der Kirchenteil von ist, beinhaltet die Chance, gemeinsam neu eine Sprache des Glaubens zu finden. Ziel gerade für kirchliche Aktivitäten kann es sein, den Menschen zu zeigen, wie relevant Gott und sein Wort im 21. Jahrhundert für das Leben ist. Dabei ist mit Sprache des Glaubens nicht nur der Vorgang des Sprechens gemeint, sondern das gemeinsame Erleben, feiern, die Begegnung miteinander, das Staunen über die Ideen anderer, das Entdecken neuer Möglichkeiten, also genau das, was beim Kirchentag gemacht wird, und der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Oder kirchlich ausgedrückt, das Reformationsjubiläum, unabhängig davon, wie es begründet wird, ist eine missionarische Herausforderung. Und ich glaube, damit können wir das Zielfrage auch als geklärt betrachten, ob der Kirchentag eine Missionsveranstaltung hat. Er ist sicher nicht nur als Missionsveranstaltung gedacht, aber ausdrücklich auch. Abgesehen davon, dass man ja nicht nur sozusagen andere missioniert, sondern auch die eigenen Schäfchen sozusagen bei der Stange halten muss. Das ist ja sozusagen der Hauptteil des Kirchentags. Damit betrachte ich diese Frage als offiziell geklärt. Aber zurück zu Herrn Leindecker. Leindecker macht für mich in dem Interview nicht den Eindruck eines investigativen Journalisten. Da gäbe es so viel Investigatives, beispielsweise ob diese angebliche Umwegrendite, ob die tatsächlich sich nachher auszahlt für die Städte oder wenigstens für die Wirtschaft in der Stadt oder diese gefälschten Zahlen, von denen ich gesprochen habe. Man hat eher das Gegenteil, den gegenteiligen Eindruck in dem Interview. Leindecker hat sich von den Profis des Kirchentags, die er selber erwähnt, als Grüßaugust einspannen lassen und gibt sich jetzt ganz naiv und rechtfertigt Dinge, die so jedenfalls nicht zu rechtfertigen sind. Er zeigt sich auch selbst etwas überrascht darüber, dass man ihm vorher nicht richtig klar gemacht hatte, auf was er sich einlässt. Er sagt ja in dem Video irgendwo, Frau aus der Aue hätte ihm nicht alles so gesagt, wie man das so macht, wenn man einen Freiwilligen braucht für eine Aufgabe, die eigentlich scheiße ist. Da sagt man ihm vorher nicht genau, was alles scheiße ist. Jetzt kleiner Exkurs. Das Ganze erinnert mich etwas an den Film Mickey Blue Eyes mit Hugh Grant, wo Hugh Grant sich in die Tochter eines Mafia-Bosses verliebt und die Mafia versucht dann den ganzen Film über, ihn so in die Mafia reinzuziehen, dadurch, dass sie ihm so kleine Gefallen tun oder ihn mal um so einen kleinen Gefallen bitten. Er ist Auktionator und für die Geldwäsche wollen sie das jetzt so machen, dass irgendeiner so total scheiße, hässliche Bilder malt und Hugh Grant soll die dann versteigern und der Versteigerung sitzt der Typ mit dem Geld, das gewaschen werden soll und dann bezahlt er halt das Bild damit und dadurch kann der andere dann sagen, ja, ich habe das Geld gekriegt, aber es war ja für das Bild. Und also der Gag ist, das passt hier so gut, dass ich es erwähnen will. Die Mafia, Geheimdienste, die versuchen, Leute praktisch so anzuwerben oder so, bei dem Thema hier bietet sich auch das Beispiel Pädophile an. Also, man testet erstmal vorsichtig und erstmal ganz unverfänglich aus, wie weit jemand geht. Priester gucken, können sie so einen Jungen anfassen, erstmal so ganz unverbindlich vielleicht. Mein Professor hatte mir mal erzählt, kurz nachdem er irgendwo Professor war, kamen dann gleich die Lobbyisten von der Industrie oder so und haben mal getestet, wofür er so zu haben will. Man kriegt dann so Einladungen zu Symposien und so weiter oder kann mal Gutachten schreiben und so weiter. und das machen die Kirchen natürlich auch und es gibt also ein paar, also nur mal so als Beispiele, hier, mir ist in Erinnerung Professor Kröber, der, als der Spiegel diese Ausgabe hatte, die in Deutschland diesen Missbrauchskandal praktisch richtig losgetreten hat. Ja. Noch bevor die Ausgabe am Kiosk war, kam Professor Kröber schon daher mit einer völlig absurden Statistik, die beweisen sollte, dass die Missbräuche in der Kirche nun total unterdurchschnittlich waren und der hat so getan, als wären die gemeldeten Fälle, die der Spiegel von den Bistümern bekommen hat und nicht mal von allen Bistümern, als wären das alle Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Ja. Und Manfred Lütz ist ja auch so jemand, der hat ja nicht nur die deutschen Bischöfe beraten, sondern auch den Vatikan in Sachen Missbrauch und ja, der veröffentlicht dann eben auch mal Zeitungsbeiträge, ich glaube in der FAZ und in der Süddeutschen, wo er praktisch die Leitung des Klosters Ettal versucht zu entlasten. Die hatten vorher Lütz als Berater gefragt, wie sie mit so einem Fall umgehen sollten. Das heißt, Lütz muss hier praktisch nicht nur, oder er tut so, als würde er die Leitung des Klosters in Schutz nehmen, aber er nimmt sich praktisch selbst in Schutz, weil er ja damals gesagt hatte, so und so vorzugehen, auch mit so einer, das war dieser alberne Fall, wo er meinte, es wäre wissenschaftlich erwiesen, dass der Mönch da, der in Frage kam, heterosexuell sein sollte, wo man sich ja fragt, wie man beim Zölibatär nachweisen soll, dass der heterosexuell ist. Und wie es der Zufall auch will, ist der Mönch auch nachher tatsächlich wegen Kindesmissbrauch verurteilt worden. Aber dann weiß ich, dass Professor Laubenthal, das ist auch so ein Strafpsychologe, glaube ich, Kriminologe, weiß nicht genau, wie der richtige Bezeichnung ist, den hat das Bistum Würzburg mal als unabhängigen Missbrauchsbeauftragten angeheuert. Und als ich mich damals mit dem Fall beschäftigt habe, wurde mir klar, für die Bistümer ist das übrigens eine geniale Strategie, wenn du einen externen Missbrauchsbeauftragten hast. Weil erstens sieht das für die Öffentlichkeit super aus, weil du keinen Kirchenmenschen da hast, sondern extern. Der wirkliche Vorteil für die Kirche ist aber, wenn du einen internen Missbrauchsbeauftragten hast, der kennt ja die ganzen kirchlichen Gerüchte. Wenn da jetzt gesagt wird, hier der und der Priester, der melden sich ein Opfer, dann kennt ja der kirchliche Missbrauchsbeauftragte wahrscheinlich über Jahrzehnte die ganzen Gerüchte, die es da vielleicht schon gab. Und es gibt ja in solchen Fällen häufig Gerüchte. Wenn du einen externen Professor aus einem ganz anderen Bundesland hast, der kriegt nur die Informationen, die er vom Bistum kriegt, zu den Fällen. Das ist eigentlich noch eine geile Abschottung von unabhängiger Nachforschung, wenn du einen externen Missbrauchsbeauftragten hast. Na, jedenfalls Professor Laubenthal hat natürlich gesagt, wer würde sich nicht freuen, etwas so Wertvolles tun zu können, wie Missbrauchsbeauftragter zu sein bei der Kirche. Aber er hatte sich die Zusammenheit wohl etwas anders vorgestellt. Denn vor ein paar Jahren meldet sich, hatte eine Frau an ihn gewandt, die behauptete, missbraucht zu sein. Und zwar nicht von irgendjemandem, sondern von Laubenthal's Vorgänger, dem Missbrauchsbeauftragten des Bistums. Und Laubenthal hielt damals, soweit ich weiß, die Vorwürfe auch plausibel. Aber, oh Wunder, die kirchliche Untersuchung kam zu einem anderen Ergebnis. Und zu dem Fall hat der Fokus geschrieben, der unabhängige Missbrauchsbeauftragte des Bistums, der Würzburger Strafrechtsprofessor Klaus Laubenthal, äußerte am Mittwoch in der Mainpost erneut Zweifel am Ausgang der kirchlichen Voruntersuchung. Also der Missbrauchsbeauftragte stellt sich hier sozusagen öffentlich gegen die Kirche, die ihn angeheuert hat. Was ja gut ist, das ist ja eigentlich auch die Aufgabe, die man sich davon verspricht. Wenn das aussagepsychologische Gutachten keinen eindeutigen Aufschluss ergeben habe, stehe es im krassen Widerspruch, das ist jetzt Zitat Laubenthal, im krassen Widerspruch zu dem Ergebnis des Kirchengerichts, das sagt, es war höchst unwahrscheinlich. Laubenthal hat nach eigenen Angaben Anhaltspunkte von mehreren Personen auf einen weiteren Fall vorliegen, der sich möglicherweise auf die gleiche Person bezieht. Diese will er nun untersuchen. Und es gibt noch jemanden, wollen wir hier die ganze Prominenz vorführen, der offensichtlich von der Zusammenarbeit mit der Kirche enttäuscht war. Das ist Jochen Riebel, Einstleiter der hessischen Staatskanzlei, der im Vermögensverwaltungsrat des Bistums Limburg war. Und Bistum Limburg wissen wir natürlich, wer gemeint ist. Die FAZ zitiert ihn mit den Worten, der Bischof, und gemeint ist niemand anderes als Franz Peter Thewals von Elst, der Bischof ist ein raffinierter Betrüger oder krank. Und also, Jochen Riebel war in diesem Vermögensverwaltungsrat da, der den Bischof eigentlich unterstützen soll und aber auch sozusagen Transparenz, so ein Mehraugenprinzip wahrstellen soll. Und das Foto in dem FAZ-Artikel zeigt Riebel bei seiner Ernennung zum Kontur des päpstlichen Gregorius-Ordens mit Bischof Thebats von Elst. Und ich erwähne das so ausführlich, weil ich wirklich den Eindruck habe, dass die Kirchen hier renommierte Personen des öffentlichen Lebens oder der Wissenschaft quasi als Handpuppen verwenden, als nützliche Idioten. Und meistens merken die das natürlich gar nicht, dass sie als nützliche Idioten verwendet werden oder zumindest den Kader für den Fall der Fälle darstellen, so wie Professor Kröber dann. Das muss ja, das kann ja nicht anders gewesen sein, dass die Kirche gemerkt hat, der Spiegel bringt ja glaube ich mal Samstag seine Vorabmeldung. Oder die fragen ja dann vorher an bei den Bistümern, das heißt, die wussten, dass da was kommt. Und dann werden die wahrscheinlich bei dem Kröber anrufen und sagen, hier, wir brauchen mal eine Gegenposition, vielleicht sogar, wir haben da schon mal was vorbereitet. Und ja, dann zaubern die ihn plötzlich da aus dem Hut. Und natürlich, die meisten werden das nicht merken, weil das nie so zum Knall kommt, wie jetzt hier bei Laubenthal, wo das Kirchengericht zum ganz anderen Ergebnis kam als er. Oder bei Tebarz von Elst, wo das ja praktisch richtig explodiert ist. Und dann muss Riebel natürlich auch gucken, dass er seinen Geruf sozusagen sauber hält. Das ist ja super peinlich, dass die da, ich weiß nicht, wie lange er dabei war, wahrscheinlich jahrelang eigentlich kontrollieren sollen oder beraten und der Bischof macht, was er will. Oder hier, noch jemand, Harald Lesch, der lehrt ja auch an einer Jesuitenhochschule für Philosophie in München. Und ich meine, das hatte ich mal nachgeguckt, wir haben uns doch mal über ihn lustig gemacht mit diesem, wie hieß die Sendung, Alpha bis Omega, wo er mit seinem Jesuitenkumpel da diese Spaziergänge gemacht und so über angeblich die letzten Fragen oder philosophische Themen diskutiert. Das sind aber alles religiöse Themen. Und das war so, dass diese Position, die er da in dieser Jesuitenhochschule gekriegt hat und diese Serie, die waren eher so einem engen zeitlichen Zusammenhang, meine ich mich, zu erinnern. Ja, und die werden die einlullen, die werden sich super nett denen gegenüber verhalten, diesen, sagen wir, zivilen Multiplikatoren, wie Lesch, wie Laubenthal, wie Kröber, Professor Pfeiffer, der ja bei dieser Studie mitgemacht hat, der war auch etwas enttäuscht, große Sache. Und ich habe den Eindruck, Leihendecker ist auch wieder genau so ein Fall. Die Profis managen den Kirchentag und wie werden diese Profis finanziert vom Bund, soweit ich weiß. Ich meine, Carsten Fräck hätte geschrieben, die Kirchentage, also für das jeweilige Jahr, die sind ja immer in einem bestimmten Bundesland und das Bundesland finanziert dann die Geschäftsstelle für den Kirchentag in dem Bundesland. Aber du brauchst natürlich noch so eine zentrale Geschäftsstelle, die so die Kirchentage so strategisch vorbereitet, immer weiter. Und da können natürlich die Länder nicht finanzieren, weil der Kirchentag ja immer in anderen Ländern ist. Und da springt wohl der Bund mit einer halben Million pro Jahr. Ich meine, es wäre eine halbe Million pro Jahr. Und mit einer halben Million kannst du natürlich super Profis engagieren. Da würdest du auch gar keine Kirchenleute mehr nehmen, denn das ist ja eine organisatorische Sache. Da brauchst du Organisationsskills. Also was du wahrscheinlich am wenigsten brauchst, sind theologische Skills. Und deswegen ist das unglaublich, dass jemand, der sein Leben lang so offensichtlich sich wirklich Meriten erworben hat als investigativer Journalist, dann im eigenen Bereich plötzlich den Mund aufmacht und Dinge sagt, die er selber, glaube ich, wenn er auf der anderen Seite wäre, nicht hinnehmen würde, widerspruchslos, wo er weiter, wo er nachhaken würde. Das finde ich traurig. Das ist genau diese Inselverarmung. Michael Schmil Salomon sagt das ja in den, keiner macht den Doofen. Inselverarmung, die können so schlau sein, wie sie wollen. Wenn es um die eigene Religion geht, dann wird das kompartmental, kompartmental, es ist ein englisches Wort, das ich versucht habe, auf Deutsch zu ersetzen. Also man hat so Schubladen und die kirchliche Schublade ist sehr gut abgetrennt, argumentativ und logisch von dem, was man sonst so treibt den ganzen Tag. Naja, also wir haben ja jetzt noch zwei Jahre Leihendecker vor uns und es ist wahrscheinlich nicht verkehrt, dass wir jetzt schon mal die einschlägigen Zitate uns gesichert haben. Vielen Dank, Herr Leihendecker. Und das bringt uns zum krönenden Abschluss in doppelter Hinsicht, nämlich den 120.000 Teilnehmern beim Abschlussgottesdienst, die vom Kirchentag, gemeldet wurden und wir wissen ja nur mittlerweile, dass man diese Zahlen mit größter Vorsicht genießen muss. Und ja, 120 Teilnehmer, es kam etwas überraschend, weil der Kirchentag ja allgemein die vorher angekündigten und große Ausfussortenziele nicht erfüllt hatte. Statt 140.000 Dauerteilnehmern kamen nur 106.000. Statt 50.000 Tagesgästen kamen nur 30.000. Bei den parallel stattfindenden Kirchentagen auf dem Weg kamen nur die Hälfte der angepeilten Besucher. Und nochmal, es ist nun mal so, wenn man so riesige Veranstaltungen plant und die sind auch noch immer in anderen Städten, also jetzt nicht wie so ein Festival, sagen wir mal Wacken oder so, wo das immer gleich ist, wo die Voraussetzungen immer gleich sind. Da kann man sich natürlich mal verschätzen mit den Teilnehmern. Und man wird natürlich auch lieber für viele Teilnehmer planen und dann nachher, dass nicht so viele kommen, als dass man dann nachher alles überfüllt hat, das wäre dann auch gefährlich. Darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, dass der Kirchentag offensichtlich hier einfach Fantasiezahlen veröffentlicht, um seine staatliche Förderung zu erhalten und Eindruck zu schinden. Und ich habe mal geguckt, beim, also so, man kann ja so gucken, wie ist die Resonanz auf diesen Kirchentag und wie war die früher. Und in Stuttgart kamen 80.000 zu den Eröffnungsgottesdiensten. In Berlin sollen es nur 70.000 gewesen sein. Dann gibt es immer noch den Abend der Begegnung, das ist kein Gottesdienst, sondern ich stelle mir das vor wie so eine Art Fressmeile in der Stadt. Da kamen in Stuttgart 250.000, in Berlin sollen 200.000 gekommen sein. Und in Stuttgart kamen zum Abschluss Gottesdienst 95.000. So, da war also allein von daher, von der Resonanz schon fraglich, ob da wirklich 100, ob da überhaupt 100.000 kommen würden, zumal die ja jetzt alle noch von Berlin irgendwie nach Wittenberg gekart werden mussten. So, nächster Punkt war am Samstag, Nachmittag wurde schon gemeldet, dass die nur 10.000 Karten für diese Sonderzüge verkauft hatten. Die wollten ja 100.000 Leute mit Sonderzügen zu dem Kirchendach bringen, zu diesem Abschlussgottesdienst bringen. Und der Fahrkartenverkauf war extrem schleppend. Dann am Sonntagmorgen, also am Tag des Gottesdienstes, wurde gemeldet, dass diese Sonderzüge total leer waren, was ja auch passt zu der vorherigen Meldung. Mittags war zu lesen, dass erst 40.000 Leute diese Sonderzüge genommen hätten. Und dann, als die ersten Meldungen kamen, also noch während des Gottesdienstes, war immer die Rede davon, dass Zehntausende teilgenommen hätten. Und so sah das auch aus, was du im Fernsehen sehen konntest. Du kannst dir ja im Internet Bilder von anderen Veranstaltungen holen. Einer bei Facebook hatte eben Wacken genannt, das ist ja so ein Rockfestival in Schleswig-Holstein. Oder du brauchst dir nur ein Foto von einem groß gefüllten Fußballstadion anzugucken. Ich hab das, die Allianz Arena, da war ich mal und, also jetzt nicht zum Fußball, sondern ich war nur gerade in München und wollte mir die angucken. Da passen 75.000 Leute rein, also ungefähr halb so viel wie am Kirchentag. Und das sah schon nach deutlich mehr aus. Aber das ist natürlich immer schwer zu sagen mit Perspektive und dann Menschenmengen, das ist immer schwer zu sagen. So, also, die Frage war, es wurden Zehntausende gemeldet und die Frage war, würden die 100.000 überhaupt erreicht? So, und dann meldete plötzlich der Kirchentag, dass 120.000 Leute gekommen seien. Und ab da, das ist immer das Bedauerliche, ab da haben die meisten Medien diese Angabe übernommen. Also, erst hieß es immer 10.000 und dann plötzlich kamen immer 120.000. Allerdings war die Zahl wohl derart offensichtlich überhöht, dass immer ausdrücklich dabei geschrieben oder so Formulierungen gewählt wurden, die sehr deutlich gemacht haben nach Angabe der Veranstalter. Und nach meiner Wahrnehmung, man hat ja immer, normalerweise, die Veranstalter sagten so und so viele, Polizei sagte so und so viele, das wurde hier für meine Begriffe nochmal besonders deutlich vorgehoben. Oder es wurde auch gesagt, Zehntausende, die Veranstalter sprachen von 120.000. Also, das wurde schon ganz gut kontrastiert. Dann konkret, die Schweriner Volkszeitung schrieb, nach Angaben der Veranstalter nahmen an diesem Gottesdienst rund 120.000 Menschen teil, darunter auch Bundestagspräsident Frank-Walter Steinmeier, Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff. Die vom Trägerverein des Reformationsjubiläums verbreiteten Zahlen sind jedoch mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Die Schottelzüge, die die Besucher am Morgen von Berlin nach Wittenberg bringen sollten, verkehrten oft weitgehend leer und um 11 Uhr, eine Stunde vor Beginn, waren erst 50.000 Menschen auf dem Festgelände gezählt worden. Also, von wem, warte, was ist das nochmal für eine Quelle? Schweriner Volkszeitung. Also, nicht nur wird sozusagen gemeldet nach Angaben der Veranstalter, sondern die Angaben werden auch ausdrücklich in Frage gestellt. Und nicht nur von der Schweriner Volkszeitung, mein Kronzeuge ist hier Matthias Kammern von der Welt, den ich bisher nicht im Verdacht hatte, dass er zu kirchenkritisch berücksichtigt und der hat auch eine evangelische, evangelische wohlgemerkte Journalistenschule besucht. Und selbst der zweifelt die offizielle Teilnehmerzahl an. Er schreibt, die Veranstalter behaupten, es seien 120.000 Gläubige gekommen und auch das dürfte eine zu hohe Angabe sein. Offensichtlich gelang es nicht, zusätzlich zum vorherigen Berliner Kirchentag mit seinen gut 100.000 Teilnehmern eine noch viel größere Menschenmasse zur Feier des 500. Reformationsjubiläums in der Geburtsstadt der Reformation zu versammeln. Vielmehr scheint es, als seien an die Elbe bloß noch einmal diejenigen gekommen, die auch schon in Berlin gewesen waren, so wie in einigen mitteldeutschen Städten, wo parallel zu Berlin dezentrale Kirchentage auf dem Weg stattgefunden hatten. Aber im allgemeinen Gedächtnis wird von diesem Kirchentag wohl vor allem der Auftritt des früheren US-Präsidenten Barack Obama am Brandenburger Tor haften bleiben. Vor 70.000 Leuten. Das waren nicht viel weniger als beim Gottesdienst in Wittenberg. Also Matthias Kammern macht sehr deutlich, dass er die 120.000 nicht glaubt und spricht eher von der Größenordnung Obama. Ich hatte auch bei Obama mal 80.000 gelesen, aber vielleicht wollten sie nicht, dass Obama mehr Leute zieht als ihre Eröffnungsgottesdienste. Das waren ja 70.000. Und da wir wissen, dass der Kirchentag sehr großzügig ist mit seinen Zahlen, würde ich dann hier lieber Matthias Kammern vertrauen, der aus Wittenberg berichtet. Also er war offensichtlich da und das klingt so, als seien das keine 100.000 gewesen. So, dann habe ich noch bei der Bahn nachgefragt, wie viele Leute die transportiert haben und erhielt den Hinweis auf eine Pressemitteilung. Da hieß es, von den 120.000 Besuchern des Festgottesdienstes sind rund die Hälfte mit der Bahn an- und abgereist. Das wären so 50.000 bis 60.000. Ich vermute, dass das eine großzügige Angabe ist, weil die ja schon diese 120.000 übernehmen. Aber wenn zuvor die Rede davon war, dass 40.000 angereist waren bis zu einem bestimmten Zeitpunkt vor dem Gottesdienst, dann ist das nicht von der Hand zu weisen, nicht unplausibel. So, normalerweise werden bei solchen Veranstaltungen immer zwei Teilnehmerzahlen gemeldet. Einmal die vom Veranstalter und einmal die der Polizei. Also habe ich bei der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt-Ost nachgefragt und erhielt folgende Antwort. Für die Bekanntgabe und Veröffentlichung der Teilnehmerzahlen ist grundsätzlich der Veranstalter verantwortlich. Der Polizei sind jedoch keine Fakten bekannt, die Zweifel von der vom Veranstalter genannten Teilnehmerzahl zulassen. Mit freundlichen Grüßen, blablabla. Und dann kommt die Signatur, Sachsen-Anhalt, Ursprungsland der Reformation, www.luthererleben.de Also da hatte ich das Gefühl, dass die möglicherweise auch nicht ganz unvoreingenommen sind bei der Auskunft. Dann hatte die Bundeswehr ja so eine zusätzliche Brücke über die Elbe gelegt. Ich glaube 500 Soldaten waren dafür schon wieder im Einsatz. Da konnten die natürlich mal richtig üben, ist ja nicht verkehrt. Und die sagten, diese Brücke sei von 50.000 Menschen genutzt worden. Allerdings in beide Richtungen. Also da können wir sagen, wenn die die Brücke hin und wieder zurückgegangen sind, dann wären das 25.000 Leute. Das ist natürlich nicht der einzige Zugang zu dem Gelände. Aber wenn da jetzt 70.000 rübergegangen wären, dann könnte man sich eher vorstellen, dass insgesamt diese 120.000 erreicht worden wären, wenn hier 25 rüberlatschen. Also es lässt sich nicht so richtig Plausibilitätsprüfen. Also in der Hinsicht, als offensichtlich der Wurm drin wäre bei den Kindertszahlen und vor allem der Kindertag, hat auch eine schlaue Erklärung, wie das kommen konnte, dass erst nur diese 10.000 gemeldet wurden und nachher waren es dann doch 100, oder sollen es dann 120.000 gewesen sein sollen. Da habe ich nämlich so einen Live-Blog gefunden irgendwo im Internet. Also um 11 Uhr sollen, wie gesagt, erst 50.000 Besucher auf dem Gelände gezählt worden sein. Eine Stunde später um 12, als der Gottesdienst begann, sollen es dann 70.000 gewesen sein. Und jetzt kommt es eine Viertelstunde später meldeten die Veranstalter, jetzt seien 120.000 Menschen auf dem Gelände und es würden immer noch Menschen vor den Toren warten. Und nach dem Gottesdienst teilte der Kirchentag mit, der Kirchentag in Wittenberg ist nach Ansicht der Veranstalter positiv verlaufen. Das melden die natürlich immer, also so schlecht kann das gar nicht. Komm. Rund 120.000 Menschen nahmen demnach an dem Freiluftgottesdienst auf den Elbwiesen teil. Der Geschäftsführer des Vereins Reformationsjubiläum 2017, Hartwig Burtmann, erklärte, das ist eine eindrucksvolle Gemeinde. Die Menschen haben viel dafür auf sich genommen. Vor allem seien viel mehr Einheimische dabei gewesen, als man erwartet hatte. Ein unglaublich hoher Anteil der Besucher kam aus Wittenberg. Das hätten wir anders eingeschätzt, sagte Burtmann. Gut 500 Busse seien auf den Parkplätzen gezählt worden. Auch Wittenbergs Oberbürgermeister Thorsten Zugehör sagte, er sei froh und dankbar, dass gerade die Bewohner der Stadt und der Region das Ereignis so gut angenommen hätten. Also hier fällt zunächst auf, dass nach dem, nach der Veranstaltung nur noch von rund 120 Teilnehmern die Rede war, während zwischenzeitlich von 120.000 auf dem Gelände die Rede war und von welchen, die noch draußen standen und weinen wollten. Also wir wissen ja, dass der Kirchentag nicht tief stapelt und dann hätte man erwarten müssen, dass er von über 120.000 meldet. Das ist nicht anders denkbar. Aber naja, es gab natürlich die Fernsehbilder und die sahen jetzt nicht so beeindruckend aus und dann hat man vielleicht dann nachher doch noch mal auf rund 120.000 runtergesetzt. Und das alleine zeigt eigentlich, wie locker flockig der Kirchentag das mit den Zahlen handhabt, wenn er dann zwischenzeitlich schon die 120 mal gerade meldet. Komischerweise gerade als diese Meldung kamen Zehntausende neben teil. Aber es würde natürlich die öffentlichen, die Vergleichszahlen gut erklären. Dann wären zwar, dann wären nur 50.000 mit der Bahn angereist, aber ganz viele Leute wären ja aus Wittenberg dann eben gekommen. Wobei Wittenberg hat etwas über 45.000 Einwohner. Die hätten also fast alle kommen müssen. Denn, nochmal, es hieß dann bei dieser Presseveranstaltung, vor allem seien viel mehr Einheimische dabei gewesen, als man erwartet hatte. Also ich hatte überlegt, ob die jetzt meinen, da waren jetzt andere Kirchentagsbesucher oder Reformationsjubiläumsbesucher, die waren in Wittenberg und die sind dann zum Kirchendach gegangen. Aber die sagen hier Einheimische. Und auch der Bürgermeister sagte, er sei sehr froh und dankbar, dass gerade die Bewohner der Stadt und der Region das Ereignis so gut angenommen hätten. Also, ich, man weiß es natürlich nicht, aber ich habe hier den Eindruck. Vor allen Dingen, ich war ja um diese Uhrzeit etwa in der Stadt. Ja, aber das heißt, du bestätigst das doch jetzt, Philipp. Da in der Stadt war keiner, weil alle Einwohner auf dem Gottesdienst waren. Ja, ja, die sind alle vor mir da gewesen. Also, achso, ja, hier, ich will jetzt bei der Gelegenheit kleiner Einschub. Ich habe hier einen wunderbaren Zeitungsartikel der Mitteldeutschen Zeitung gefunden, wie es am Sonntag in Wittenberg aussah, weil ja offensichtlich alle beim Gottesdienst waren. Überschrift, Händler in Wittenberg, trotz Kirchentag herrscht Flaute in den Kassen. Am frühen Nachmittag bringt Andi Straube eine Tortenplatte voll mit leckeren Kuchenstücken an der MZ-Redaktion vorbei. Also, das ist wohl diese Zeitung hier. Er verteilt gerade die Reste vom Kirchentagssonntag unter Nachbarn und Freunden, so der Chef des Cafés bittersüß. Wo soll er auch hin mit all den Leckereien? Wäre doch schade drum. Gut ein Dutzend Torten und diverse Blechkuchen sind übrig geblieben vom Fest. Straube ist nicht der einzige Anbieter in der Altstadt, dessen Erwartungen ans Festwochenende mit offiziell 120.000 Besuchern alleine auf der Elbwiese heftig enttäuscht worden sind. Ein Wochenende wie sonst auch, erklärt knapp der Soft-Eismann. Beim Bäcker Lunch nebenan, wo das Geschäft am Sonntagmorgen überaus turbulent begonnen hatte, heißt es, man habe mangelndes Kundschaft bereits um 16 Uhr geschlossen. Enttäuscht zeigt sich Richard Radtke. Zwischenüberschrift Enttäuschung in der Wittenberger Altstadt. Gar nichts, sagt der Künstler, der erst vor einigen Monaten eine Galerie in der Koswiger Straße eröffnet hat, sei los gewesen am Sonntag. Am Himmelfahrtstag habe er mehr Besucher gezählt als am Freitag, Samstag und Sonntag zusammen. Auch Kimstedt, Souvenirs, Presse, Schreibwaren, vermeldet Wochenendruhe. Erst am Sonntag, ab Nachmittag, sei dann wieder ein bisschen mehr Betrieb gewesen, so Klaus Blümner. Die Betonung liege allerdings auf ein bisschen. Keine Frage, die Musik spielte am Sonntag in Klammern fast allein auf der Festwiese. Die großen Entfernungen, gepaart mit unbarmherziger Hitze, hielten unzählige Gäste vom Besuch der Altstadt fern. Aber auch die Supermärkte warteten am Sonnabend oft vergebens auf die Kunden. Bei Edeka trifft die Marktleiterung am frühen Samstagabend eine mitarbeiterfreundliche Entscheidung, in Anführungszeichen. Soll wohl heißen, dass sie zugemacht haben. Wir hatten viel weniger Kunden. Es war sehr, sehr leer, sagt Sabine Jahn, die das schon auf dem Weg zur Arbeit gemerkt hat. Auch beim Nachbarn war deutlich weniger los als sonst üblich. Etwa die Hälfte, sagt der Rewe-Marktleiter. Richtiger Unmut herrscht an den Tankstellen der Lutherstadt. Negativ hoch drei habe sich der Kirchentag ausgewirkt. Vollsperrung der Dessauer Straße. Mehr muss ich dazu nicht sagen, erklärt der Totalchef Hannemann gegenüber der MZ. Und selbst die Zapfsäulen, die erreichbar waren, erlebten trotz der ausgeschalteten Konkurrenz keinen wirklichen Ansturm. Viele Leute, wenig Umsatz, lautet ein Fazit. Gekauft wurden vor allem Kleinigkeiten. Zwischenüberschrift. Tankstelle in Gräfenhainichen hat nichts bemerkt vom Kirchentag. Der Gräfenhainichener Matthias Dönnecke hat an seiner Tankstelle in unmittelbarer Nähe des Großparkplatzes Ferropolis vom Kirchentag in Wittenberg gar nichts gemerkt. An diesem Großparkplatz sollten, glaube ich, Wohnmobile parken oder das war also so ein Sammelpunkt dafür, die Kirchentagsbesucher. Ich habe mit deutlich mehr Umsatz im Bistro-Bereich gerechnet, sagt der Geschäftsführer, der bei den Events in der Baggerstadt schon ganz anderes erlebt hat. Der Unternehmer sieht trotzdem keinen Grund zu klagen. Es läuft gut. Auch in der Wittenberger Hauptpost herrscht am Sonnabend kurz vor der Schließzeit um zwölf Uhr ungewöhnliche Ruhe. Es gibt mehr Mitarbeiter als Kunden. In der Hauptpost die normale Schlange kurz vor Ladenschluss ist spurlos verschwunden. Ja, also soviel zu der Umwegrendite von der Herr Leindecker oder auf die er auch so ein bisschen Bezug genommen hat. Aber es kann natürlich sein, dass die Wittenberger eben alle beim Gottesdienst waren und von daher kann man auch damit die Angabe des Kirchentags nicht widerlegen. Allerdings, ich hätte jetzt gedacht, dass die Journalisten, die die Zehntausenden gemeldet haben, die werden ja nicht nur die Leute auf der Wiese gesehen haben, sondern auch den angeblichen Zustrom der anderen zigtausend. Deswegen erklärt das eigentlich nicht so recht, warum da nur von Zehntausenden die Rede gewesen sein soll. Zweitens, zwischen 10 und 11 Uhr müssten innerhalb einer Stunde 20.000 Menschen zusätzlich auf das Gelände gelangt sein. Und die wurden ja kontrolliert. Es hieß ja, wegen Manchester-Attentat und so weiter, seien alle Leute, die auf das Gelände kamen oder häufig auch bei anderen Kirchentagsveranstaltungen, seien untersucht worden. Und die hatten drei Eingänge da. Also, zwischen 11 und 12 innerhalb von einer Stunde müssen 20.000 Menschen gekommen sein, denn es hieß ja, um 11 seien 50.000 auf dem Gelände gezählt worden und um 12.000 70.000. So, aber ich weiß nicht, ob das plausibel ist, aber ich nehme das jetzt nur mal so als Basis. Danach müssten, wenn der Kirchentag recht hat, innerhalb von 45 Minuten 50.000 Menschen hinzugekommen sein. Da hätte sich also die Zugangsgeschwindigkeit plötzlich mehr als verdreifachen müssen. Und das erscheint mir unplausibel. Weißt du, was ich meine? Die werden ja so einen gewissen Durchsatz haben mit dem Andrang da. Wie soll das plötzlich, nachdem die ernüchternden Meldungen rausgekommen sind, wie soll sich das plötzlich verdreifacht haben? Das ist schwer nachvollziehbar. Und drittens, wir haben ja die Fernsehbilder von dem Abschlussgottesdienst. Die Kamera zeigt zwar immer nur so ein Bruchteil des Geländes, ich hatte ja so ein Luftbild gefunden von dem Gelände und habe dann mal geguckt, welcher Abschnitt davon tatsächlich im Fernsehen gezeigt wurde. Das war so ein kleiner Teil mit vor und hinter der Bühne. Also gar nicht das ganze Gelände. Und bemerkenswerterweise, normalerweise hast du doch bei solchen Veranstaltungen immer so eine Aufnahme, die zeigt, wie groß die Menschenmasse tatsächlich war. Das gab es hier nicht, sondern es gab nur diese Kirchentagsoffiziellen Luft, also es waren keine Luftaufnahmen, die Kamera wahrscheinlich auf so einem Mast oder so einem Kran. Und da konnte man nie die komplette Menge sehen. Der Ausschnitt, der gezeigt wurde, war nur ein Bruchteil von der Wiese, für das das geplant war. Aber nach den offiziellen Angaben müssten sich ja jetzt die Teilnehmer auf der Wiese innerhalb von 45 Minuten verdoppelt haben. Davon ist bei der TV-Übertragung überhaupt nichts zu erkennen. Man sieht zwar, dass es nach dem Beginn des Gottesdienstes zwischenzeitlich noch ein bisschen mehr wird, aber es gab sicher keine Verdoppelung. Und der Bereich von der, den die Kamera zeigt, ist ja so locker gefüllt. Da waren ja noch große Grünflächen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, was da gezeigt wurde. Da kann man ja wohl ausschließen, dass die ganzen Neuankömmlinge alle außerhalb des Kamerageländes sich aufgestellt haben, wo sie möglichst weit weg von der Bühne waren. Das ist also, das ist, meine ich, der Punkt, wo es dann wirklich unplausibel wird. Erstens, dass ich innerhalb von 50.000, innerhalb von 45 Minuten die Zahl verdoppelt haben soll, dass 50.000 Leute dazu kamen und dass das auf der Kamera nicht sichtbar ist, obwohl noch massenhaft Luft in dem Bereich war, den die Kamera gezeigt hat. Und deswegen gehe ich davon aus, dass der Kirchentag seine Zeilen zurecht fantasiert und vertraue hier lieber ausnahmsweise mal Matthias Kammern, der jedenfalls nicht verdächtig ist, kirchenkritisch zu kirchenkritisch zu berichten. Ihm zufolge kamen eben beim Abschlussgottesdienst etwas mehr Leute als zu Obama und damit dürften nicht mal die 100.000 erreicht worden sein. Und genau so sah das auf der Fernsehübertragung auch aus. Und das Beste kommt zum Schluss. Wenige Minuten, bevor wir hier mit unserem Skype-Anruf angefangen haben, habe ich aus zuverlässiger Quelle die Information bekommen, dass die Polizei in Berlin entschieden hätte, keine Zahlen mehr zu veröffentlichen, weil sie zu sehr von den Zahlen des Kirchentags abwischen. Und ich hoffe, dass das mal hinterfragt wird. Und nochmal, ich habe es jetzt schon oft genug gesagt, ich habe nichts dagegen, dass sie sich treffen, dass sie ihre Feier machen, das ist überhaupt kein Problem. Aber es kann nicht sein, dass sie so massiv, wenn sie das tun, so massiv hier die Zahlen nach oben verfälschen, um das dann wieder als Aufhänger zu nehmen, um staatliche Finanzierung zu kriegen. Und dass die Medien hier weitgehend unkritisch diese Zahlen einfach übernehmen. Und wenn das jetzt tatsächlich so sein sollte, dass die Polizei in Berlin keine Zahlen veröffentlicht, um den offiziellen Kirchentagsangaben nicht zu widersprechen. Und das war ja in Sachsen-Anhalt auch ein bisschen komisch, diese Polizeidirektion da aus Wittenberg, dass die nur wussten, dass die Kirchentagsangabe nicht falsch ist und nebenbei Heimat der Reformation www.lutherlm.de Wenn sich das rausstellen sollte, das wäre aus meiner Sicht doch ein dicker Hund. Und dann müsste man vielleicht mal beim Kirchentag irgendwie die Luft rauslassen, da zahlenmäßig. Und die werden natürlich eh das Problem haben. So viele Leute kriegen die nicht mehr, wie jetzt in Berlin und Wittenberg, mit zwei Veranstaltungsorten. Und zum, nehme ich mal an, attraktiven Ort wie Berlin und im Prinzip ja sogar international attraktiven Orten. Die wollten ja für dieses Reformationsjubiläum auch ganz viele Leute aus dem Ausland kriegen. Und da wäre Wittenberg wahrscheinlich schon interessant. Also wenn es denn interessant wäre, wäre Wittenberg jetzt leicht interessanter als nächstes Mal Dortmund oder Stuttgart oder so. Für jetzt so einen Hardcore-Protestanten, der deswegen in ein anderes Land reist. Also das war unser Blick zurück im Zorn, im gerechten Zorn, möchte ich dazu sagen. Und ihr merkt, wir sind nicht wirklich zornig, sondern wir finden das nur unfair. Und Philipp, hast du noch was dazu beizutragen? Ne, ich glaube, es ist alles gesagt. Gut, nur noch nicht von jedem, aber wir haben nur einen, der uns hier direkt vom Kirchentag berichten kann. Also das war unsere Nachbetrachtung zum Kirchentag 2017. Nochmal ganz herzlichen Dank an alle Leute, die sich da engagiert haben auf unserer Seite, im 11. Gebot, allen voran sicher David und sein Team und die Unterstützer. Und wir werden das weiter im Auge behalten, auch was Herr Leindecker, der vormals investigative Journalist so von sich gibt und hoffen, dass es auch für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts interessant war, weil es etwas lang. Aber ich sehe das als Vorteil, dass wir nicht auf so kurze Häppchen beschränkt sind wie im richtigen Radio. Und wir wissen ja, dass unsere treuen Hörerinnen und Hörer auch so einiges verkraften können an Ketzern. Von daher ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Philipp. Jetzt ruhe ich erstmal aus. Ich habe vorhin schon das Vogelzwitschern im Hintergrund gehört, weil es ist ja ganz schönes Wetter. Und dann machen wir irgendwann weiter mit unseren regulären Ketzern. Ganz vielen Dank, alles Gute an die Hörerinnen und Hörer und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Liebe Ketzergemeinde, wenn euch dieses Video gefallen hat, liked und subscribed, teilt es mit euren Freunden auf Social Media und besucht unser Blog auf ketzerpodcast.de. time bis zum Beispiel. Wo ist wirklich klar?